Das wird sie jetzt. Hier meldet sich das Kickers-Stadion Gieberer-Berg. Offcast, der Kickers-Offenbach-Fan-Podcast. Kickers sind wir. Und dann sage ich Hallo und ganz herzlich willkommen zum Offcast, dem Fan-Podcast von Kickers-Offenbach. Ich bin wie immer der Marco und mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Offenbacher Main ist wie immer der Sebastian. Sebastian, ich grüße dich. Hallo Marco. Jetzt beim dritten Anlauf hat es geklappt. Beim dritten Anlauf, genau. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch. Wir haben jetzt das Intro schon zum dritten Mal gesprochen. Die liebe Technik hat uns jedes Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt hoffe ich aber, dass wir rein starten können. Liebe Grüße zurück nach Alten Dietz. Nicht nur die Kickers sind Amateure. Nein, auch wir an der Technik. Da ist er wieder, euer Podcast. Der guten Laune. Ihr seid gerade irgendwie am Joggen. Ihr liegt auf der Couch oder lackiert euch die Fußnägel. Dann sage ich einfach mal, genießt die nächsten, ja wahrscheinlich anderthalb Stunden, reine Kickers-Talk. Also sprich absoluter Bullshit, den wir mal wieder labern. Bis hin zum Unbeliebtmachen. Aber das gehört ja bei uns in Offenbach dazu, dass wir einfach mal so ein paar Dinge besprechen. Und ja, fünf Spieltage sind durchs Land gezogen. Wir können so ein kleines, kurzes, erstes Fazit ziehen. So in ein, zwei Sätzen, Sebastian. Sag mal was. Schwach gestartet, stark nachgelassen. Nein, so schlimm war es nicht. Schwach gestartet, beziehungsweise gar nicht so schlecht gestartet. Dann ein kleines Tief gehabt und aufgebaut und jetzt einen kleinen Rückschlag gehabt. Aber man ist dabei, die Stabilität zu finden. Ich glaube, das ist so die Kurzzusammenfassung der letzten fünf Spiele von meiner Seite. Wir haben ja in der letzten Folge über die einzelnen Transfers gesprochen. Das heißt, wir haben ja auch, sind wir ja Spieler für Spieler mehr oder weniger durchgegangen. Und ich würde einfach mal sagen, lass doch einfach mal so ein bisschen, vielleicht mal nochmal so nach fünf Spieltagen mal schauen. Wie sind die Spiele eingeschlagen? Was denkst du, dass wir vielleicht erstmal so, bevor wir zu den Ergebnissen kommen und alles einfach mal über die Spieler sprechen? Was sind so deine ersten Eindrücke? Und ich würde auch einfach mal anfangen, wieder, aber vielleicht diesmal nicht so lang, einfach mal so Schritt für Schritt durchzugehen zu unseren Transfers. Wie im Tor, Johannes Brinkis, unsere neue Nummer eins. Super, absolute Verbesserung, meiner Meinung nach. Da steht jetzt ein Keeper hinten drin, der da eine absolute Autorität ist, gibt da extrem viel Sicherheit. Irgendwie wirkt der immer relativ klein, finde ich, aber der ist gar nicht so klein. Ich habe ja schon ein paar Mal geguckt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es am Trikot. Aber ja, er ist ein Typ. So ein Torhüter, den ich mir eigentlich schon seit der kompletten Regionalliga-Historie gewünscht habe. Super. Ich meine, der hat ja zu den besten Drittliga-Torhütern gehört. Ist ein Typ, der auch die Mannschaft mitführen kann, glaube ich. Der wichtig auch für die Mannschaft ist. Und ja, ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich glaube, da haben wir wirklich einen guten Fang gemacht mit ihm. Interessant. Aber bist du wirklich so, hast du diese, wie soll ich sagen, hast du diese Sicherheit jetzt im Tor? Sagst du, okay, jetzt haben wir hinten einen drin und da sage ich, okay, das Thema ist abgehakt. Da freue ich mich, bin sicher. Oder ist es so, also ich sage dir mal ganz kurz meine Meinung dazu. Ich bin großer Johannes-Brinkis-Fan. Aber wie soll ich sagen, so irgendwie gefühlt nicht bei 100%. Ich habe immer, also es ist jetzt einfach nur eine Meinung von mir, wenn ich ihn so angucke, wie er spielt und so weiter, habe ich so ein bisschen das Gefühl, er ist nicht zu 100% fokussiert, nicht zu 100% irgendwie dabei. Kann auch sein, dass es vollkommen schwachsinn ist, aber das ist so diesen Eindruck, den ich irgendwie draus ziehe. Weißt du? Ja, er wirkt sehr locker oftmals. Man sieht, wenn du jetzt, ja, diese Anspannung, dieses maximale Fokussiertsein, ja, das ist tatsächlich, weißt du, was du meinst? Aber ich glaube, das ist eine Art, Fußball zu spielen. Ein bisschen Gedanken manchmal habe ich tatsächlich auch bei hohen Bällen, ja, da sieht man, da ist er jemand, der auf der Linie bleibt und der unfassbar stark ist. Ich glaube, auch im Eins gegen Eins unfassbar stark ist und viel die Bälle abklatschen lässt, ja. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Er hat viel auf Sicherheit bedacht, aber er füllt seinen Zweck und also für mich absolut, also ich habe da keine Bauchschmerzen, wenn er im Tor steht. Sagen wir es mal so. Ich überhaupt auch nicht, um Gottes Willen. Das habe ich auch nicht. Also keine Bauchschmerzen, tausendmal besser als das, was wir letzte Saison hatten, finde ich persönlich. Ja, ja. Und er macht wirklich einen soliden Eindruck. Aber ich glaube, und das wollte ich eigentlich vielleicht damit ausdrücken, er ist vielleicht noch nicht so bei 100%, er ist noch nicht so 100% da. Das heißt, vielleicht ist da noch ein bisschen Potenzial da. Ich meine, er hat die eine oder andere brutale Parade ja schon gemacht. Aber ich glaube, dass da noch so ein bisschen Potenzial da ist, was er noch ausschöpfen kann. Und das stimmt mich eigentlich ganz positiv. Absolut, bin ich voll bei dir. Voll bei dir, ja. Ja, dann wollen wir direkt weitermachen. Mein persönlicher Top-Neuzugang, da scheiden sich ja auch die Geister, Christian A. Zesen. Nee, absolut. Also ich muss ja wirklich... Brutal. Also ich muss wirklich... Also da gibt es verschiedenste Meinungen. Ich habe ja auch mal im Internet nachgeschaut, was die Leute so schreiben. Der eine schreibt, um Gottes Willen. Aber ich finde, ich finde, ich bin ja, die einen oder anderen, die mich jetzt so langsam kennen, ich liebe ja den Ostblock. Und ich liebe diese Mentalität der Menschen. Alles, was irgendwie da so, ehemaliger, ehemaliger Warschauer, packt da hin und raus, die Ecke. Das ist noch so ein bisschen andere Mentalität. Und er verkörpert irgendwie so, ich weiß nicht, der ist solide. Das ist einer, der rennt, der rennt an, der gibt Gas. Vielleicht reicht es da, vielleicht hier und da auch noch nicht. Aber, ähm, keiner, der liegen bleibt irgendwie und die ganze Zeit moniert und diskutiert, sondern wirklich, der ist so ein richtiger Arbeitertyp. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ja, voll, voll. Also mir hat er als Linksverteidiger voll gut gefallen. Als Innenverteidiger macht er es jetzt auch wirklich super. Wie du sagst, Arbeiter, ja. Das passt, das passt. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ein Fußballer halt. Kein Schickimicki-Spieler, sondern einfach, simpel und gut. Ja, voll. Bin voll bei dir, ja. Ich bin gerade überrascht, wie alt er ist. Ich dachte, er wäre irgendwie so 21, 22, aber er ist schon 25. Ähm, und er kam von Ahlen. Hatte ich auch irgendwie nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung, irgendwie habe ich dem aus dem Ausland irgendwie im Kopf gehabt, aber nee, das stimmt gar nicht. Ja, krass. Nee, ich finde auch, das ist auch so mein persönlicher Lieblingstransfer, weil ich von dem am allerwenigsten erwartet habe, ähm, abgesehen von den Ersatzteitern. Ähm, es scheiden sich ja immer die Geister, wir haben, äh, zigtausend Kickers-Fans da draußen, die ja alle verschiedene Meinungen haben, das heißt, zigtausend Meinungen natürlich da auch dazu. Aber ich finde, dass er einen wirklich soliden Job macht und natürlich, ähm, ja, das was, wie soll ich sagen, das was, äh, der Stammposition von Markus, ähm, wirklich solide Leistung gebracht hat. Und Markus natürlich das gefährlich macht. Das finde ich halt krass, ne, weil Markus hat das erste Mal wirklich Konkurrenz jetzt, in dieser Regionalliga. Und, ähm, man muss schon sagen, der Zesen hat das besser gemacht als der Markus die letzten Jahre, ja. Ähm, und siehe da, auf einmal kann der Markus flanken. Vielleicht hat er genau das gebraucht. Ähm, ähm, nein, es ist wirklich, der Markus war ja im, also, defensiv verhalten immer super, ja. Ich meine, allein mit seiner Schnelligkeit hat er immer jeden abgelaufen und überlaufen. Aber der Zesen auch. Also der ist, ich bin überrascht, wie schnell der ist und was der da hoch und runter rennt. Also, was der auf der linken Seite da abackert, genau wie der Moreno rechts. Das ist so krass. Also, dass da im, im Defensivverbund, was unsere Außen angeht, habe ich auch null Bauchschmerzen. Also gar nicht, ja. Also auch für mich ein super Neuzugang. Ähm, wer mich auch sehr positiv überrascht hat, der, glaube ich, auch eher so als Auffüller gekommen ist und Auffüller auch ist, äh, ist der Pfeiffer. Ja, wie der das erste Mal eingewechselt wurde gegen, ich glaube, gegen die Stuttgarter Kickers war es. Es war einfach pures Chaos. Es war pures Chaos. Es war genau das Richtige in dem Moment. Ähm, selten so was Quierliches gesehen, ja, wie den. Also es ist, und trotzdem massig, finde ich. Fand ich jetzt. Also da bin ich auch, ich glaube, wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt, ein bisschen Spielpraxis, dann explodiert er auch noch richtig. Glaube ich. Boah. Ich, ich scheiden sich die Geister. Ich glaube, das ist ein unfassbar sympathischer Mensch. Okay. Ähm, ich finde den einfach, ich glaube, also ich vermute jetzt einfach mal, die ersten Eindrücke, die ich hatte, war einfach nur ein super Sympath, cooler Typ. Ähm, gefällt mir. Ähm, und auch, wie du schon gesagt hast, dass er Chaos macht. Aber dieses Chaos hat halt irgendwie, auch in den Beinen. Also ich meine, er hat ihm sein Tor geschossen, das war echt Bombe, ja. Aber, boah, ich glaube, der ist halt, das dauert halt noch. Er ist ein Ergänzungsspieler, um nochmal ein bisschen Feuer zu bringen, aber, ach, ich weiß nicht, jetzt beim Spiel gegen, gestern gegen Fulda, da hat er mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Da war es ein Totalausfall. Aber, ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber, ja, vielleicht Potenzial da. Ich finde halt, ich finde wirklich so dieses, wenn der Spieler so eine, wie soll ich es ausdrücken, so irgendwie in Anführungszeichen sympathisch ist und so eine, so, das Gefühl hat, dass er wirklich Bock hat, also auch diesen, diesen Drive hat, das ist ja die halbe Miete irgendwie, Und, deswegen gebe ich dem natürlich auch die Zeit, um einzutreffen, also einzuschlagen. Ja. Wir werden sehen, wie er sich entwickelt. Aber, zurück in die Abwehr. Eine meiner absoluten Überraschungen, hätte ich, muss ich ehrlich sagen, ist Noel Knoter. Ja. Bisher solide Leistung. Ja. ist der, ist der, ist der zweite eben bei uns im Bunde, zum Leon Müller, über den wir jetzt auch gleich noch reden, der zum MSV auch gesagt hat, dass er nicht verlängert, weil er in die dritte Liga will und dann bei uns gelandet ist. Ja, voll, also, mega, mega solide, bis auf den Aussetzer gestern. Das hat mir so leid getan. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ich kann es nicht oft genug betonen, das hat mir so leid getan. Und wirklich, ganz ehrlich, der hat, der hat es einfach nicht verdient gehabt. Der spielt wirklich ein solides Spiel. Ja. Das, das hat mir einfach, das ist ein individueller Fehler, das passiert uns allen tagtäglich und, dass wir in unseren Jobs individuelle Fehler machen, wo man sagt, okay, hätte nicht sein müssen, aber ist halt so. Dafür sind wir halt einfach Menschen und, ich muss wirklich sagen, er hat mir leid getan und ich hoffe einfach, dass er es einfach abhakt, fertig und, dass er diese Leistung weiterhin steigern kann oder die Leistung, die er jetzt bereits gebracht hat, weiterhin auf den Platz bringt. Ja, wie heißt es bei, wie heißt es bei Teulern, Verteidigern, brauchst du ein Prostgedächtnis von einem Goldfisch, damit er deine Fehler halt direkt weg ist. Ich habe mir jetzt, ich habe mir das Gegenteuer nochmal angeguckt, er war, er war schon so ein bisschen niedergeschlagen, aber ich fand, in der zweiten Halbzeit hast du nicht gemerkt, dass er diesen Fehler gemacht hat. Das hat mich ein bisschen an dieses, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, beim Hussein Basic, als er damals dieses Eigentor geschossen hat, man immer gedacht hat, ach du Scheiße, wie wird das verkraften? Das war, das ist überhaupt nicht gemerkt, ja. Und den Eindruck habe ich jetzt beim Knoter auch. Er hat gesagt, ja, er ärgert sich, scheiße, aber kannst das nicht rückgängig machen und macht weiter. Und ich muss aber auch sagen, der Typ gestern, also diese Dinger kriegst du eigentlich in der vierten Liga nicht bestraft. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, dass er das Ding so reinschweißt, ja. Also das kann jetzt sein, ja, weil das, gestraft dann mich für diesen Fehler, ah, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, Knoter für mich auch. Ich muss mir das Tor, ich muss mir das Tor nochmal angucken, ich war ja auf der Waldemar Klein und habe es dementsprechend nicht in diesem richtigen Winkel gesehen. Und, aber es gibt Stimmen, die gesagt haben, okay, das kurze Eck als Tor musst du halt auch irgendwie zumachen. Ich weiß es nicht, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, ich muss mir es nochmal anschauen, aber, ja, es ist alles, es ist einfach schade und mir tut es halt einfach leid. Anyway, ähm, der Nächste in der Verteidigung, wir haben ja noch einen in der Verteidigung, das war es eigentlich, ne? Das war es, die anderen sind, die sind alle verletzt, Sascha Korab, Leon Müller, äh, können wir nicht groß drüber reden, ja. Ja, dann gehen wir doch ins Mittelfeld, Kiano Staude. Brutal. Brutal. Ich weiß jetzt auch, wie der in dem Alter schon auf, ich habe gerade geguckt, 86 Zweitligaspiele gekommen ist, ja, der hat in dieser vierten Liga nichts zu suchen. Ich kann mich an diesen einen Pass erinnern gegen, äh, gegen Frankfurt 2, ähm, wo dann der Feigenspann allein aufs Tor läuft, wo er so kurz, äh, abstoppt, der Staude und dann mit dem Außenriss äh, den, den, den Feigenspann schickt. Das ist so, Bälle habe ich selten gesehen in der vierten Liga. Das war so krass und wie quirlig, wie, wie viel Bock und so der hat, ähm, das ist ja eigentlich alles nur darauf zurückzuführen, dass er vereinslos war, weil er eben diese Herzkrankheit hatte, ne? äh, äh, wirklich gestört hat, und das habe ich genauestens gesehen, war, als er diesen individuellen Fehler gegen die andere Main-Seite gemacht hat, ähm, da hat er, ähm, danach hast du das Gefühl gehabt, der, der hat irgendwie abgeschaltet. Das hat ihn so gefuchst. Das heißt, wenn ich das jetzt so vergleiche mit Knote jetzt, diese individuelle Fehler gegen, ähm, gegen, äh, gegen Fulda, dann, da hast du das Gefühl gehabt, okay, der war, die Mannschaft war so, ich sage jetzt einfach mal, die ersten 60 Sekunden verunsichert, nach diesem Gegentor, da gab es ja direkt den nächsten Angriff von Fulda, ähm, wo du gedacht hast, okay, das dauert jetzt 60 Sekunden, dann passt das, und Knote hat sich wieder gefangen, und dann, wie gesagt, das im Vergleich mit, mit Staude, mit dem Fehler, was, glaube ich, dann zum 2, äh, Quatsch, zum 1-1 geführt hat, ähm, da habe ich mir gedacht, boah, oder ich glaube zum 2, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, da habe ich mir, dann habe ich mir danach angeschaut und habe mir gedacht, boah, Alter, da fehlt, habe ich so ein bisschen noch so dieses, soll ich sagen, so ein bisschen Mentalität, der Kopf ging irgendwie runter und der, ja, unser Trainer hat ihn ja noch rausgewechselt, ja. Gegen, gegen Frankfurt? Ah ja, stimmt, stimmt, ja, da hast du recht, da hast du recht, da war er, da war er ein bisschen, da war er geschockt, ja, da gebe ich dir recht, da hat er es nicht, da hat er kein, äh, da hat er nicht das, äh, das Gehirn eines Goldfisches gehabt. Ja. Ja, stimmt, stimmt, ja, nee, gebe ich dir recht, aber es sind halt auch Prozesse, ja, es sind halt auch Prozesse, wann hat er sein letztes Spiel gemacht, ich glaube, also über 90 Minuten war doch irgendwie 2019 oder sowas, oder 18 sogar, ja, voll krass, und dann, super lange her, ja, und dann willst du natürlich auch alles richtig machen, komplett, äh, komplett über 90 Minuten halt da sein, wenn, ja, ist ein Prozess, wie gesagt, denke ich, aber ich glaube, der, der, der Neid halt kriegt ihn gut hin. Ja, ich denke auch. Dann, ähm, die Mannasaroff, Alter. Also, am Anfang habe ich gedacht, hier, gut, der setzt seinen Vertrag raus, wir haben uns den nächsten Hartmann geholt, ey, und dann, dann jetzt die letzten zwei Spiele, oder, was ist das, das ist ja total krank, das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Also das ist ja, vor allem der spielt, da denke ich, der absolute Antifußballer, wie der läuft und rennt, nicht so, was ist das denn? Aber sobald er den Ball hat, bist du sicher, erst mal verliert er dann zu 90% nicht und wenn er irgendwas mitmacht, zieht er, sieht er Leute, die siehst du von oben, von der Tribüne teilweise nicht und bestückt die mit Bällen, also, der, der, der darf nicht, der darf sich, nee, ich werde dir nichts, der, der muss bei uns bleiben. Der ist so essentiell für unser komplettes Offensivspiel, das hat man so krass gesehen, die ersten zwei Spiele gingen relativ wenig bei uns und jetzt, seitdem er da wirklich auch, das Heft in die Hand genommen hat, die letzten zwei Spiele, ist das ein, ist das ein ganz anderes Team oder die letzten drei Spiele, ja, ähm, brutal, richtig, richtig, ich finde, ich finde halt auch klar, natürlich, er ist halt nicht mehr 19, so und hat halt auch nicht mehr diese Schnelligkeit und nicht mehr wahrscheinlich auch die Konditionen, er sagt ja von sich selbst, er ist erst bei 70%, ne, das heißt, da ist ja auch noch Potenzial, aber ich meine, du siehst halt an den Pässen, also wenn du mal so guckst, was für Pässe der auch in den Lauf spielt, wie er die Lücken sieht, wie er diese Laufwege jetzt schon irgendwie von den Spielern halt weiß und die kommen halt an, das ist schon Bombe. Und diese Bälle, die kommen ja perfekt, die kommen immer genau so, dass der Verteidiger ihn gerade nicht bekommt und der Mitspieler ihn halt perfekt im Lauf hat, ja, das ist so eine Qualität. Ich erinnere mich auch, wie er den Feigenspahn geschickt hat, ähm, gegen die andere Mainseite, Alter, das war ein brutal geiler Pass und das, da siehst du halt einfach die Qualität, die Erfahrung, ich meine, wie gesagt, er hat international gespielt gegen alles, was man sich vorstellen kann, alle großen Spieler. Gegen Buffon und Neuer getroffen, meine ich, ne? Ja, ja, richtig, ja, ich meine, er hat gegen Cristiano Ronaldo und Co. gespielt, also das ist, ist einer, das, weißt du, da, der hat da ein bisschen Erfahrung, hat diese ganze Zweitliga-Erfahrung, die er da mitgebracht hat und, ähm, da siehst du einfach den krassen Unterschied, das ist schon echt, wirklich, ich finde wirklich absolute Verstärkung. Ich hoffe, dass er fit bleibt, wie gesagt, ähm, leider haben wir nicht so viele Alternativen auf der Position, das heißt, wir brauchen auch, also im Sinne von, die ihn irgendwie auch ersetzen können, wenn er mal raus muss, ähm, das heißt, er spielt ja schon ziemlich lange und er sagt ja, wie gesagt, von sich selbst, dass er erst bei 70% ist, das heißt, zum einen ist er noch Potenzial da, aber zum anderen darf man ihn halt jetzt auch nicht verbrennen, ne? Ne, gar nicht, gar nicht, weil er ist, ja, sehe ich auch so, er ist nicht ersetzbar bei uns, mit einer der ganz wenigen, die nicht ersetzbar sind, meiner Meinung nach, ja. Ja, ja. Auch, auch so ein, also so ein Feigenspann würde ich fast tatsächlich auch als Neuzugang mitzählen, also, ähm, weil der jetzt nochmal ein ganz anderes, ganz anderes, der ist ja zur Halsserie gekommen letztes Jahr, in eine komplett toxische Mannschaft, wie wir jetzt im Nachhinein rausgefunden haben, ähm, und der blüht jetzt auch richtig auf, ja, der blüht auch richtig auf, der hat richtig Feuer jetzt mittlerweile hinten dran. Eben auch spielen zu sehen, mit was für einer Energie der da rangeht und so, ach, geil, also wirklich ohne Scheiß, es gibt wenig zu meckern gerade, eigentlich schon, ja, außer die Punkte aus. Ja, nee, weißt du, ja, kommen wir aber noch mal zu. Einen, einen haben wir noch, einen haben wir noch übrigens. Wollte ich gerade sagen, Fakt ist, wir haben noch einen übrig, ähm, und da scheiden sich natürlich auch wieder die Geister, Marcos Alvarez. Stürmer ist immer scheiße, weil du nach einer Quote bemessen wirst, ja, das sind, das sind deine Tore, da sieht schlecht für ihn aus. Ähm, das haben wir ja in der letzten Folge besprochen, erinnerst du dich noch, wo ich gesagt habe, wenn der nach drei, vier Spieltagen nicht die ersten Buden gemacht hat, Alter, und der sogenannte Knoten geplatzt ist, ähm, was wir dann, was der dann vorgeworfen kriegt. Ja. Das, das ist halt leider so. Es ist, ja, sehr behäbig halt alles, man merkt halt, dass er die paar Kilo da drauf hat, ähm, und für das Spiel, was wir jetzt gerade haben, ich meine dieses, wir, wir sind ja irgendwie schon, die Bauern ja jetzt wieder, ich hab's gestern so oft gesehen, als Fulda da wieder mit elf Mann hinten dran stand, da musst du halt irgendwie gucken, dass du da mit Spritzigkeit durchkommst, und da ist er halt nicht so gemacht für, ja, du kannst die Spieler, du kannst die Stoßstürmer schwer anspielen, ja, auf der anderen Seite weißt du halt, wenn er einmal in Schussposition ist, ist das Ding zu 90 Prozent drin, was man so in den, in den Testspielen gesehen hat. Ähm, noch bringen wir ihn nicht in die Situation, noch, ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, er spielt gerade nicht, das ist auch Teil der Wahrheit, ähm, er ist gerade nicht als Mittelstürmer gesetzt, ähm, spricht aber auch nicht unbedingt für ihn, ähm, dass er da nicht gesetzt ist, weil er eben gegen einen, ähm, ja, Spieler nicht spielt, der aus der U19 von einem Hessenligisten gekommen ist, ja, ähm, ich, ich, ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig mit dem Alvarez, ich hoffe, dass da kommt noch ein bisschen was, ähm, ich glaube, er fightet viel, ähm, er rennt viel, ähm, äh, ist auch überraschend schnell, finde ich, ähm, so die ersten Meter zumindest, und vielleicht kriegen wir ihn dann noch irgendwie eingesetzt, ja, ähm, gerade jetzt natürlich, wenn man jetzt nach fünf Spieltagen bewertet, ähm, für die Erwartungen leider noch nicht erfüllt, ja. Nochmal, wir haben es ja in der letzten Folge angesprochen, er hat nun mal ein Defizit, das ist Fakt, und das sieht ja jeder, ähm, das ist ja keine, keine Ausrede, ich meine, äh, der Kappelk hat ja auch zum Beispiel mal gesagt hier, ähm, er hat sein ganzes Leben lang gegen sein Gewicht gekämpft, ja, und in Offenbach hat er nur reisen Hühnchen gegessen, und kam gerade so irgendwie auf dieses Gewicht, um, äh, Leistung zu bringen, hat auch seine Buden gemacht, weißt du, ähm, er hat halt dieses, dieses, äh, dieses Defizit, und da muss er halt hart arbeiten, klar, man muss halt, du siehst halt dann auch seine individuelle Klasse, er ist halt 31, das ist auch nicht mehr so einfach wie mit 19, ja, und dieser Tempo-Fußball, den wir ja spielen gerade, also auch mit Feigensparen rechts, der da brutal Gas gibt, ja, auch mit Cesen, der die, der die, äh, Linie hoch und runter gelaufen ist, die letzten Spiele, vielleicht passt er da einfach noch nicht so rein, und ich, ich muss ja sagen, ähm, wenn man halt mal an der, ähm, auf der Haupttribüne sitzt, und auch mal hört, was der Trainer ihm dann zuruft, wenn er auf dem Platz ist, ähm, dann muss man schon sagen, ja, wie soll ich es jetzt nett ausdrücken, ohne jetzt irgendeinen irgendwie zu beleidigen, aber, ähm, das ist, das ist ja nicht nur etwas, was wir Fans sehen, dass da gewisse Mechanismen fehlen, gewisse Einsatz, gewisse Bewegungen und so weiter, das sieht auch der Trainer, und das sagt er ihm auch eindeutig, ne, während dem Spiel. Also, ich sag's jetzt einfach mal ganz knallhart raus, beim Spiel gegen, äh, gegen, die andere Main-Seite, da haben wir, da hab ich auf der Haupttribüne gesessen, ziemlich genau hinterm, äh, hinterm Trainer, und, ähm, der hat ihm, glaub ich, zweimal zugerufen, beweg dich, Mann. Ja. 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 Es bleibt spannend, also, ich hoffe, dass er, dass er noch, dass der Knoten platzt, und er uns wirklich nach oben schießt, aber faktisch haben wir jetzt grad keinen Stürmer, der wieder eine Tormaschine ist, wie die letzten Jahre auch. Genau. Ja. dann haben wir tatsächlich noch einen Neuzugang, wenn man ihn so nennen will, äh, Urbich. Hammer. Du, du sagst, der spielten drei in der Bundesliga, hast du gemeint, ne? Digga, ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, äh, unter uns und allen anderen. Unter uns, unter vier Augen gesagt, dieser Junge, dem gönne ich alles. Wirklich. Jetzt mal ohne Scheiß, du bist mit 19, ja, so, so ein, also wirklich, ohne Witz, ja, als er aufgestellt wurde, ich hab gedacht, was macht der denn da, der Trainer? Dann sieht man wieder, dass ich gar keine Ahnung vom Fußball habe, weil der alles richtig gemacht hat. Der ackert, der fightet, der kämpft, der will unbedingt. Der hat richtig, richtig Bock, und das mit 19, sehen und auch, wie soll ich sagen, in die Zweikämpfe geht er rein. Natürlich fehlt es noch, der ist super jung. Der kommt hier gerade aus der, weiß ich was, Liga, ja, von Biebrich und, äh, hat natürlich noch nicht die Erfahrung, aber der hat so viel Potenzial. Also wer das nicht sieht, ich hoffe nur, dass wir einen ordentlichen Vertrag mit dem haben, nicht, dass der wieder für 2000 Euro irgendwo hinwechselt. Ach so, ja. Und, äh, und wir dann, und ein Jahr später, 20 Millionen wert, das gefühlt, ja. Ja, da hoffe ich tatsächlich, dass wir eine Weiterverkauf haben. Ja, dann hoffentlich, dass sie da eine Weiterverkaufsklausel haben. Auf der anderen Seite, ich meine, ich glaube, sie haben relativ langfristig an uns gebunden, irgendwie drei Jahre im Kopf, aber, ähm, dass man dann wenigstens nach zwei Jahren hier noch zehn Prozent bekommen, ja, oder so. Das ist, weil ich glaube, ich glaube, tatsächlich bei ihm ist es so, sobald er das erste Tor macht, radatz, dann geht's los. Genau. Und das ist nämlich das Gleiche, was die ganzen Bayern-Fans über Harry Kane gesagt haben, beziehungsweise, was auch die Presse immer sagt, dieser scheiß Knoten muss platzen. Deswegen waren die Bayern-Fans alle so froh, dass der Harry Kane da in erstem Spiel irgendwie ein Tor geschossen hat gegen Bremen, die, wenn dieser Knoten platzt, dann funktioniert's. Kapo hat genau das Gleiche gesagt, diese Mentalitätssperre, du musst dieses eine Tor machen, damit du endlich einen freien Kopf kriegst. Gerade am Anfang der Saison, wenn du das erste Tor machst, du hast, dein Kopf ist ganz frei, du hast nicht diesen krassen Druck, dann hast du auch mal diese Situation, gerade im Sturm, also ich muss, ich zitiere wieder ganz viel Kapo, weil das hat mir auch im Fußballverständnis ganz viel gebracht, mit ihm zu sprechen. Er sagte damals, dass du halt Situationen hast, wo du unter Druck stehst als Stürmer, um ein Tor machen zu müssen, weil das die Menschen von dir erwarten als Stürmer. Und dann wär's vielleicht die bessere Option, abzuspielen, aber du schließt ab, weil du endlich dieses Tor haben möchtest. Du spielst also nicht mit so einem klaren, verstanden, so einem klaren Kopf. Und das hemmt einfach umso mehr. Und wenn du halt diesen Knotenblatt, dieser Knotenblatt, du hast deine ersten 1, 2 Tore gemacht, dann bist du da viel freier, schießt entweder selber das Tor, wenn du in die Position kommst, oder guckst halt wirklich nach dem besser positionierten Spieler, weil du diesen Druck einfach nicht mehr spielst. Mit der Brechstange irgendwie da durchzuwollen. Und das finde ich, wie gesagt, und ich glaube, das glaube ich auch bei Alvarez tatsächlich. Also ich glaube wirklich, wenn der dieses eine, das zweite, das dritte Tor macht, was ich ihm wirklich gönnen würde, sei es direkt der Freistoß, scheißegal, was es ist, oder irgendwie irgendein geiler Kracher, dann kann da alles passieren. Und wie gesagt, bei Urbig ist es genau das Gleiche. Und dieser Kerl, ich muss wirklich sagen, absolut begeistert. Mit 19 habe ich bis auf irgendwo in der Ecke gelegen und wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das machst du doch immer noch. Und, ja, das stimmt. Aber der, der wirklich, also ich finde es, ich finde es grandios. Ich bin wirklich, wirklich stolz, dass so einer bei uns spielt. Ja, das, das, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Bin ich auch sehr stolz und gutes Scouting. Das, das muss man auch mal sagen, woher es auch keiner kam. Absolut. Das, so einen zu entdecken, das war schon gute Nummer, gute Nummer. Ja, finde ich. Und jetzt einfach mal Strich drunter über die Leute, die gekommen sind. Genau. Wir haben doch gar nicht so viel zu meckern. Es passt halt noch nicht so ganz von den Mechanismen. Ich kann dir, ich kann dir nicht einen Spieler sagen, da haben wir ja letztes Jahr ein paar andere, wo ich sage, das ist, das sind keine, die kicken können. Also das sind für mich alles Spieler, die bringen uns weiter. Da ist keiner dabei, wo ich sage, das ist jetzt wirklich gut, wie gesagt, über Pfeiffer können wir streiten. Aber sonst sind das alles Spieler, die wir, die uns wirklich, glaube ich, weiterbringen und voranbringen. Vor allem abgesehen jetzt von den Leuten, die aus der zweiten Mannschaft oder U19 kam. Oder halt so ein Lukas Becker oder so, der jetzt Ersatztorwart ist oder genau, ja so ein Junetzko, aber der kam ja von der zweiten. Wirklich alle Spieler, die uns weiterbringen können. Wie gesagt, Alvarez haben wir auch besprochen, denke ich, wenn da der Knoten platzt, dann platzt er. Frage, ich meine, wir haben jetzt viele Gute, wo fehlt es noch, deiner Meinung nach? Gibt es, ich meine, wir haben jetzt mal mit diesen ganzen Verletzungen, die wir haben, was sind so Positionen, wo du sagst, da müssen wir jetzt definitiv noch die nächsten, ach du Scheiße, das ist ja schon der 30., die nächsten zwei Tage, die nächsten zwei Tage nachlegen. Ja, wenn der Podcast erscheint, dann glaube ich, ist die Transferperiode auch vorbei. Also ich muss sagen, dann bleibt ja nur noch der arbeitslose Spieler übrig oder halt vielleicht noch, kann man da noch leihen nach dem ersten, geht das? Nach dem ersten kannst du nicht mehr leihen, du kannst nur noch vertragslose holen. Okay. Dann, wie gesagt, also das ist das Einzige, was uns jetzt noch bleibt. Also ich glaube, ganz klar der Sturm, ja, also, da fehlt es natürlich, gar keine Frage. Ich bin ja froh, dass wir die Alternative mit dem Urbich haben, im Sturm, ja. Ich bin hier gerade was am Aufmache. Ich hoffe, das knistert hier nicht zu sehr. Ich höre nichts. Super. Wie gesagt, und ich glaube, dass der, ich glaube, dass wir im Sturm irgendwie noch einen brauchen. Ich glaube, jetzt einfach auch vielleicht, ja, eher ein Ergänzungsspieler, wenn überhaupt. Dann ist halt die Frage auch, ne, Mittelfeld slash Innenverteidigung. Ich meine, wir haben jetzt Breitenbach ins zentrale Defensive gestellt. Wir haben den verletzten Leon Müller. Ähm, ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Weißt du, das Problem, das ich sehe, ähm, wir haben null Knoten verpflichtet, wir haben, ähm, wir haben dann einen Sascha Korb und einen Leon Müller, ja. das sind ja alles Leute, die Anspruch auf den Stammplatz haben. Wenn wir jetzt noch einen holen, der auch noch einen Anspruch auf den Stammplatz hat, ist das gut fürs nächste halbe Jahr. Allerdings, dann wird es schwer, ja, also dann das auch in der Mannschaft irgendwie so hinzubekommen, weil das sind ja, das sind ja Positionen, die wechselst du ja mit, man nicht eben. So ein Jopek hast du ja auch noch, den habe ich schon wieder schon komplett vergessen. Ja, ähm, du hast da eigentlich faktisch auf dem Papier, wenn er fit sind, jetzt schon überangeboten, jetzt noch einen dazu holen. Ich hoffe halt irgendwie auf eine Laie oder sowas von einem Zweitligisten, weißt du, der jetzt vielleicht nicht so rankommt, ein junger Innenverteidiger, der auch defensives Mittelfeld spielen kann oder andersrum und im Sturm bräuchten wir halt tatsächlich jemanden, der einen absoluten Stammplatzanspruch hat. Aber den, ob den du jetzt noch die letzten zwei Tage kriegst, wage ich auch zu bezweifeln. Den will ja im Endeffekt jeder die ganze Zeit haben. Scheinbar haben wir, waren wir ja an dem einen oder anderen schon dran. Also ich glaube nicht, dass das nicht geplant ist. Geplant war da jemanden nicht zu holen, aber die sind dann eben nicht zu uns gekommen. Das ist sauschwer. Du kannst ja auch dem Hock keinen Vorwurf machen in der Kaderplanung meiner Meinung nach. Gut, du kannst dem Vorwurf machen, dass er bis jetzt noch keinen Stürmer geholt hat. Da weißt du aber nicht, was alles hinten dran war, wie viel Last Minute eben nicht geklappt hat, obwohl da schon irgendwie sicher geglaubt ist. Wollte gerade sagen, da gibt es ja Gerüchte, da gibt es ja Gerüchte, dass uns massiv viele Spieler auch abgesagt haben. Das ist ja nicht so, dass du als Gegers Offenbach-Klingen kommst und jeder sagt, boah geil, endlich. Sondern nochmal, also hier zu spielen ist ja auch nicht wirklich einfach. Und mit diesem Druck auch klar zu kommen mit dem Umfeld und so. Das ist alles nicht einfach. Ja, und vor allem, du weißt ja, wie es ist, dieser Gap im Gehalt, dritte, vierte Liga ist nochmal extrem. Wir zahlen ja schon gut als vierte Ligist, aber lang nicht so gut wie ein Drittligist. Lang, lang, lang nicht. Natürlich, genau. Und ja, und ich sag mal, die Stürmer, die wissen ganz genau um ihren Wert. Gerade die großgewachsenen 1,90 Stürmer, die halt auch mal mehr als 10 Tore schießen. So ein Fettig würde uns sehr gut zu Gesicht stehen. So ein Soriano würde uns sehr gut zu Gesicht stehen. Ich weiß auch nicht, ob man mit einem Bosis nicht vielleicht verlängert hätte, wenn man gesehen hätte, scheiße, dass man so in die Bredouille kommt. Auf der anderen Seite hat der uns auch nicht mehr groß weitergeholfen am Ende jetzt. Nee, im Bosis hätte ich, das war gut, dass der gegangen ist. Das hat nicht gepasst, aber wirklich hier, aber so ein Fettig, das ärgert mich. So diese Art Stürmer halt, ja, diese Art Stürmer, also so ein Fettig wäre perfekt in dieser Mannschaft. Auch vom, vom, vom Ansehen her, von der Leadership, vom Leadership her, ja. Ich glaube, der hätte uns extrem, der würde uns extrem helfen. Der tut mir auch nach wie vor noch weh, weil der würde, der würde seine 15 Tore plus machen, bin ich mir, in der Mannschaft, bin ich fest von überzeugt. Bin ich fest von überzeugt. Bin ich auch, bin ich auch bei dir. Aber gut, das ist die Rede. Aber mal einen Blick auf die Ergebnisse geworfen. Wir haben fünf Spiele gespielt. Das erste Spiel gegen die Stuttgarter Kickers. 0-1 verloren. Ja, wir waren besser. Stuttgart hat's Das ist auch krass, alle, es ist so krass, was die gerade spielen, halt ja. Das ist brutal. Das ist brutal. Ich habe ja, ich habe noch groß getönt, ja, lass die mal gegen Steinbach spielen, jetzt haut die Steinbach weg. Wir müssen ja auch noch, klar, besser gewesen sein, die erste Zeit. Nach dem Zweien scheinen es ein bisschen geschwommen zu haben, aber dann ging es ja scheinbar wieder, habe ich mir sagen lassen. Grüße raus an Michi, der ist Stuttgart-Fan. Der hört auch immer schön unseren Podcast, deswegen mal kurz. Ja, aber es ist echt heftig. Es ist echt heftig. Also, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Schiss gerade, weil ich dachte, ja, gegen uns, Aufsteiger erstes Spiel, aber die kommen gerade richtig ins Rollen, ja. Sie kommen gerade richtig ins Rollen. Ne, also wie gesagt, auch das erste Spiel, mal ganz kurz zu sagen, die haben einfach wunderbaren Fußball gespielt, ja. Klar, wir haben jetzt, jetzt kommt man über dieses Abseits-Tor, war es jetzt Abseits, ja oder nein, kann man natürlich diskutieren. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Es ist so knapp gewesen, dann sagt man in der Regel, im Zweifel für den Angeklagten, okay, dann fällt ein Tor für uns und dann sieht das Spiel wieder ganz anders aus. Aber die haben nun mal die Dreier bei uns gezogen und ganz ehrlich, ich lasse auch dieses Argument nicht mehr gelten, von wegen, dass diese Anfangseuphorie. Weil wenn du nach fünf Spielen zwölf Punkte hast, Alter, und auf Platz zwei stehst und du hast ja, wie gesagt, du hast ja in Steinbach gespielt, wo ich ganz genau weiß, wenn wir da wieder auftauchen, gibt es wieder auf den Sack oder nur einen Unentschieden maximal, und die gewinnen da einfach mal 3-1. Und wenn du dir die Torschützenliste anguckst, ganz oben steht Dickelhuber, das ist ja, der spielt halt für die Stuttgarter Kieger ist da vorne und der hat jetzt einfach mal fünf Buden in fünf Spielen gemacht. Das ist krass, das ist krass, das ist krass. Das ist, also ich glaube, das wird noch übel, aber wie gesagt, erstes Spiel, okay, gut, war halt das erste Spiel, man hat gesehen, ja, die Mechanismen stimmen noch nicht, die Mannschaft braucht halt auch einfach ein bisschen, das ist auch ganz normal und dann ging es ja dann direkt weiter nach Ahlen. Ahlen war eine mittelschwere Katastrophe, muss man ehrlich sagen. Vor allem, wie wir uns dann da selbst unter Druck gesetzt haben auf dieses dritte Spiel. Das war, also nach Ahlen war ich echt richtig down. Also das war, also ganz ehrlich, auch eine Frechheit von der Leistung her, da war keine Bereitschaft da, da war nichts. Vielleicht hat es das gebraucht, um dann eben die Leistung in den letzten drei Spielen zu bekommen wieder, um zu sagen, hey, da wurde man richtig auf den Tisch gehauen. Wer weiß, wofür es gut war, aber diese Leistung war echt, das war unter aller Sau, vor allem Ahlen war halt auch sauschlecht. Aber wir waren halt eben noch schlechter. Das war unglaublich, ein unfassbar schlechtes Spiel. Ja, das war echt, das war wirklich geil. Also da war ich auch, da habe ich dann wirklich auch an diesem Weg wieder gezweifelt, wo ich mir dann auch wieder jetzt hinten rausdenke. Das war, ja, bleib doch einfach bei den Dingen, wenn es so Sachen gibt, so Ups und Downs, ja, das war jetzt, ja, aber das war, das war absolut scheiße. Dann kam das Spiel gegen Frankfurt 2. Warte mal ganz kurz. Oder willst du noch was sagen? ja, ganz kurz nochmal zum Allenspiel. Wenn du dir halt die Aufstellung anguckst, ne, da hat halt ein, äh, Nassarov halt noch nicht gespielt. Genau. Der kam ja erst, glaube ich, in der 60. Minute, wurde er erst irgendwann eingewechselt. Mhm. So, und der hat ja dann erst quasi beim dritten Spiel mitgemacht. Ich finde, ich finde, das ist nochmal so eine wichtige Info, ähm, weil ab da hat es auf einmal irgendwie funktioniert. Mhm. Ob das jetzt damit zusammenhängt? Keine Ahnung, aber da hat es funktioniert, wobei man ja sagen muss, diesen Unterschied, den der ja gemacht hat, das waren ja 20 Sekunden. Das Spiel gegen die, gegen die zweite von den anderen, hat 20 Sekunden gedauert und dann holt er dieses Ding raus in den Winkel, der Bombe gehalten wurde, darauf die Ecke und dann das 1-0. Alter, ganz ehrlich, kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Was, habe ich mir die Seele aus dem Leib geschrien? Habe ich mir gedacht, jetzt ist der da. Mhm. Der war sofort präsent, Alter, aber wie? Sorry, Alter, wie präsent war der denn bitte? Ja, ist so, ist so. Volles Rohr. Und vor allem bei diesem Schuss in der ersten Minute da gegen die anderen, weißt du halt auch, da siehst du die Erfahrung von ihm auch, dass er weiß, er muss die Leute mitnehmen jetzt direkt von Anfang an. Und scheißegal, wohin das Ding fliegt. Einfach drauf. Ich habe mich noch aufgeregt, wie er da zum Schuss ausholt, ne? Und dann, ja, ja, ja. Und bumm, war alles da und dann macht er direkt danach das Tor noch, ja, also, Buff, Knaller. Ohne Scheiß. Das war, aber da hast du wirklich, ich habe wirklich, ich habe mich so gefreut, habe ich gedacht, jetzt ist der angekommen. Was da für eine Euphorie war, gut, das ist dann ein bisschen abgeflacht, das ist dann irgendwann das 1-1 gefallen und dann das 2-1 und dann hat dieser Bastard, sorry, dass ich mal so hart sagen muss, vor unserer Tribüne gejubelt und da gibt es wieder die goldenen Regeln im Fußball. Neben der Tatsache, dass Bayern niemals in Gladbach gewinnt, hat man die goldene Regel, wenn du so eine Scheiße baust, Alter, dann kommt Karma, ja, dann passiert es einfach und dann hat er das Eigentor gemacht, was zum 2-2 geführt hat und dann war es, ich meine, wie viele haben das Spiel schon abgeschrieben? Es war die 90. plus 9. Ja, ich habe da Rossmann, krass, krass und dann dieser Jubel danach von allen, von dem Rossmann, vom Feigensparen und vom Vetter, der dann die Bande als Unbeteiligter umtritt. Oder in Anführungszeichen Unbeteiligter. Das, was aus Rossmann Deo mit ausgebrochen ist, ey, der Hammer. Ja, das war, das war ein Moment, das war ein Moment, da würde ich auch schon wieder sagen, gehört zu den Top-10-Spielen, die ich jemals am Biblerberg gesehen habe in den letzten 10 Jahren. Absolut, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Umso mehr tut dann das Spiel darauf hin gegen Hoffenheim weh, wo wir halt dann jetzt wieder mit rechnen können, dass der dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr kommt. Ah ja. Und, ja, das ist halt. Aber krass, ganz kurz zum Hoffenheim-Spiel. Vom Hoffenheim-Spiel haben wir beide gesagt, Alter, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, Hoffenheim hat halt irgendwie einen Marktwert von siebeneinhalb Millionen. Alle Spieler sind irgendwie 20 Jahre alt. Das war auch so mit das Beste, was ich bis jetzt in der Regionalliga allgemein gesehen habe. Vom Spielwitz her und von der individuellen Klasse. Du hast ja teilweise auch gesehen, die Kickerspieler waren extra ein bisschen weiter weggestanden, um die dann einholen zu können, wenn die aufgetreten haben. Ja. Also von den individuellen Spielern. Aber was ich vor allem... Jeder einzelne, krass. Was ich vor allem so krass fand, ich habe zum ersten Mal nicht diese Angst gehabt. Okay. Wenn du ein Spiel guckst... Ich war schwitznass. Ich war komplett nass geschwitzt. Komplett. Wenn du dieses... Nach dem 1-0 war ich schon erst geschwitzt. Wenn du normalerweise ein Kickerspiel guckst, da bist du ja schon... Da bist du ja quasi ängstlich wie ein Haas vor der Schlangenhose, weißt du? Das stimmt eigentlich, ja. Das ist ja... Wenn du ein Kickerspiel guckst, da hast du ja immer das Gefühl, bei jeder Aktion gleich fällt ein Tor. Also für die anderen. Und bei diesem Spiel hast du ja einfach nur gedacht, es war souverän. Souverän, klar. Du musst dann natürlich am Ende dieses scheiß Tor nochmal fressen. Ja. Und dann machst du es halt noch eine Minute lang ein bisschen spannend. Aber diese Aktion, wo Feigenspahn in der gegnerischen Hälfte den Ball abgelaufen hat und dann mit unseren Fans gejubelt hat. Das war Kriegherrsch, oder? Ja, das war richtig geil. Und richtig rausschreit. Das war mega. Das war Bombe. Das hat mich auch... Da habe ich den Feigenspahn richtig gern gewonnen. Das war nämlich das Gegenteil. Da hast du gesehen, da haben sie mit ihm geredet nach dem Ahlenspiel. Und vor allem hat es mich für ihn halt auch gefreut, dass er nach diesen zwei riesen Dingern, die er gegen die anderen vergeben hat, dann das Tor erst mal macht und dann halt sich dann auch so feiern lässt für diese Grätsche. Ja. Mega. Bombegeil. War schon cool, ne? Ja, voll. Hat mich auch richtig gefreut. Vor allem, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe den ja schon abgeschrieben gehabt. Also nach der letzten Saison habe ich gedacht, komm, ich glaube in der letzten Folge haben wir auch so gesagt, der irgendwie so gar nicht präsent, so dass der irgendwie gar nicht zum Kader dazugehört, der wird irgendwie nie mit aufgezählt. Und inzwischen, ach Gott, ich bin so froh, dass ich mich geirrt habe. Das ist... Ich finde den Bombe. Ich habe auch gedacht, der wird abgegeben, muss ich sagen. Ich dachte, der ist aussortiert, der gehört zu den Aussortierten, aber nee, jetzt Stammkraft derzeit. Ja. Genau. Und wie gesagt, du hast es schon angesprochen, die dann die Verletzung von Maxi Rossmann. Das tut so weh. Das war echt brutal. Also diesen Schrei. Das, also... Was haben wir denn eigentlich für ein Pech? Das ist... Eon Müller. Das ist ein Spieler, der wahrscheinlich einen Unterschied machen kann. Ich kann es nicht beurteilen, aber das ist, was alle sagen. Das ist ein Spieler, der mit den Unterschied machen kann. Maxi Rossmann hat man ja gesehen gegen Frankfurt mit seiner Mentalität. Der schafft es, der schafft es, einen Unterschied zu machen. Das hat er bewiesen, in der 90. plus 9 so ein Ding zu machen. Bis zum Schluss zu kämpfen und alles zu geben und alles zu probieren und dann, das fehlt er dir auf einmal und wahrscheinlich ja, wahrscheinlich bis zum Ende der Saison, ne? Ich glaube sportlich, ja, mindestens bis zum Ende der Saison. Ich glaube, dass er sportlich ersetzbar ist. Also vom Fußballerischen her glaube ich schon, dass wir den ersetzt kriegen. Aber von der Mentalität halt nicht. Da ist er für mich der Unterschiedsspieler in der Mannschaft. Ich glaube, er hat einen ganz großen Anteil daran gehabt, dass wir diesen Turnaround nach dem Ahlenspiel bekommen haben. Hinzu, dass auf einmal die Köpfe hochgingen. Das war auf einmal ganz anders dahin. Und was mir richtig imponiert hat im Hoffenheim war einfach dieses, diese, dieses, die Körpersprache. das fand ich richtig, richtig gut in der kompletten Mannschaft, auch gestern wieder. Die Körpersprache verglichen mal mit dem, also mal mit dem Ahlenspiel oder auch dem ersten Spiel, die Körpersprache war da. Also eine richtig präsente Truppe. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut, ja. Sehr überzeugt. Ich kann aber nochmal einen Satz sagen zu Rossmann. Ja, ich wollte gerade sagen und ich glaube, das ist auf den Rossmann zurückzuführen. Ich wollte gerade diesen Bogen spannen. Das glaube ich nämlich auch und das ist, ich habe dir ja geschrieben, ich habe ja so einen schönen Artikel gelesen im Internet bezüglich Achilles-Szenenverletzung. Ich lese einfach mal ganz kurz vor. Laut den Experten zählen Risse der Achilles-Szene im Leistungssport zu den Career-Ending Injuries. Zu gut Deutsch Sportinvalide. Das heißt, dass bis zu 25% der Fußballprofis nach einer solchen Verletzung nicht mehr ihr voriges sportliches Niveau erreichen. Das heißt, von vier einer. Einer von vier schafft es nicht mehr auf da hinzukommen. Oder sogar ihre Karriere beenden. In circa 8% der Fälle erleiden Sportler innerhalb der ersten zwei Spielzeiten nach einer Achilles-Szenen-Ruptur einen neuerlichen Riss der Achilles-Szene. Das heißt, einer von zehn circa. Mal neben dem körperlichen ist glaube ich auf den Kopf mega schwer. Richtig. Richtig. Du warst ja ständig Schiss, dass es dann wieder reißt. Und ich habe mir diese Szene 3 dafür mal angeguckt, das sah so scheiße aus. Und wie der Stauder dann den Nasaroff anguckt, danach dieser Verletzung, habe ich auch direkt gesehen. ja gut. Das war's. Dieses Jahr nicht mehr. Oder die Saison nicht mehr. Da erinnere ich mich zum Beispiel an den Peter Tschech, den ja jeder kennt, mit dem Helm, bei FC Chelsea damals. Der hat damals gesagt, er konnte nach dieser Verletzung nicht mehr richtig Fußball spielen. Und dieser Helm bringt zwar ihm nicht diese hundertprozentige Sicherheit, aber psychisch hat ihn das wieder auf ein normales Level gebracht. Und du hast es ja auch gesehen, es gibt ja Spieler, die haben diesen Helm ja weiterhin getragen, obwohl sie eigentlich hätten gar nicht mehr tragen müssen. Einfach aus psychologischen Gründen, um zu denken, okay, jetzt hast du einen gewissen Schutz. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Rettungsweste im Flugzeug, weißt du? Ja. Dass wenn du dann da irgendwie in der Alupappe über den Wolken bist, mehrere Kilometer, dann hast du eine Rettungsweste unterm Sitzen und denkst dir, da kann mir ja nichts passieren. Ja, genau. Ja, es ist einfach diese Psychologie und davor habe ich tatsächlich auch, also wie gesagt, das eine ist körperliche und das andere ist die Psychologie. Aber apropos körperlich, oh, das habe ich mich unbeliebt gemacht. Erstmal ja bei dir, du bist ja erstmal nach meinem Kommentar ein bisschen in die Luft gegangen und natürlich auch online. Was habe ich einen Shitstorm bekommen? Weil mein Kommentar war ja, ich zitiere, das war ja klar, dass das passiert, der hält dir keine drei Spiele durch. Ja? Boah, was haben die Leute mich immer, Leute haben mir ja Privatnachrichten geschickt, das hätte ich von dir nicht gedacht, Marco, dass du sowas schreibst. Was habe ich mich da um... Du hast ja als allererstes mir auch geschrieben, was soll denn diese Scheiße? Ja. Aber, jetzt muss ich mal ein bisschen mich verteidigen. Ich habe das alles wirklich sehr, sehr rational natürlich betrachtet. Also ich habe schon vor der Saison gesagt, ein Rossmann, oder können die Leute sagen, was sie wollen, ist meiner Meinung nach kein Viertliga-Profi, kein Viertliga-Spieler. Der hat durchaus das spielerische Vermögen, Hörl-Klassik zu spielen. Und es gibt Gründe, dass er nicht da oben spielt. Es gibt Gründe, dass er nicht mehr bei Viktoria Köln spielt. Dafür gibt es Gründe. Und wenn du guckst, der kam ja zu uns, erst was passiert ist, er ist verletzt. Bei diesem Vorbereitungskick, Vorbereitungstraining, zack, hat er sich verletzt. Wie oft war der verletzt bei uns, seitdem er da ist? Der hat drei Spiele gespielt und war wieder ein Spiel nicht da. Gut, da hat er mal Grip gehabt, da hat er mal hier was gehabt, da hat er mal da was gehabt. Aber meine Frage an dieser Stelle ist, vielleicht ist sein Körper, und das kannst du ja nicht, ich sag mal, ändern, da gibt es einfach solche Spieler, siehe Marco Reus, siehe Christian Kappek, wie auch immer, einfach nicht für diese Leistung so ausgelegt, dass halt sowas dann schnell passiert. Also für mich kam das, ehrlich gesagt, ich liebe diesen Kerl. Spätestens nach diesem 3-2 gegen Frankfurt, ups, ist die Flasche umgefallen, nach diesem, siehst du mal, wie viele Emotionen hier gerade im Spiel sind. Nach diesem 3-2 gegen Frankfurt, Alter. Spätestens da, hab ich gesagt, der Junge ist hier angekommen. Geil, so einen will ich hier sehen. Wie der ausgeflippt ist, diese Körpersprache, alles das, will ich gar nicht absprechen. Aber jetzt ganz rational betrachtet, ohne Emotionen, ohne irgendwie Fußballromantik. Vielleicht, ja, also für mich war das irgendwie abzusehen, dass es so schlimm wird, nicht. Aber für mich war es irgendwie abzusehen. Ja, vielleicht die Art und Weise, wie man es ausdrückt, hättest du vielleicht überdenken können. Ja, ich weiß, man muss halt immer aufpassen. Ja, ich glaube, viele, viele Spieler sind in der 4. Liga, die sehr verletzungsanfällig sind. Und wir hatten ja auch diese Diskussion, wo wir gesagt haben, wir haben immer so ein Pech mit den Verletzungen. Stimme ich dir zu? Wir haben viel Pech mit den Verletzungen. Aber man muss es auch mal andersrum betrachten. Wir haben auch viele Spieler, die eben viel verletzt sind und die super Spieler sind, wichtige Spieler sind, die dann zu uns aber kommen, als Leistungsträger, sei es oder wirklich wichtige Leute, schon angesprochen, Soriano, Richard Weil damals noch, absolute Stütze gewesen am Anfang. Dann jetzt so ein Rossmann. Die sind halt da, weil sie eben verletzungsanfällig sind in dieser 4. Liga. Das liegt halt auch, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Du kannst natürlich, du brauchst diese Menschen, um irgendwie Unterschiedsspiele zu haben. Es ist immer ein gewisses Risiko. Bei uns ging es überhaupt nicht auf. Homburg ja übrigens auch. Die haben ja auch jedes Jahr ein absolut krasses Verletzungspech. Bei uns fällt es tatsächlich sehr auf, aber ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen haben wir, glaube ich, ein überproportionales Verletzungspech, aber wir haben halt auch viele Spieler immer im Kader, die eine große Verletzungshistorie haben. Und die sind halt nun mal da in der 4. Liga, weil sie eben entsprechend verletzt waren oder wie so ein Keanu Stauder irgendwann krank waren. Bei dem hoffe ich halt, dass es wirklich jetzt überwunden ist. Scheint es ja auch so zu sein. Aber ja, es ist halt so, dass dann halt so Sachen dazukommen wie so ein Leon Müller, der letztes Jahr beim FSV ein Spiel verpasst hat wegen einer Gelbsperre und sich bei uns halt dann wieder verletzt. Das ist dann wirklich Fluch. Das ist dann wirklich Fluch. Das ist halt brutal. Aber sonst, ja, es ist sau schwer. So ein Sascha Korb auch direkt kaputt. Der Balic ja auch, war ja auch die ganze Zeit fit, dann auch direkt wieder bei uns kaputt. Es ist schon krass, was für Verletzungen wir haben. Ich glaube, wir haben jetzt auch in zwei Jahren zweimal einen Achillessehnenriss. Ich weiß gar nicht, wer der andere war. Also was für Verletzungen da teilweise krass waren oder da der Flauder, wie er sich Fuß gebrochen hat durch einen Breitenbach und so Sachen, der wahrscheinlich nie wieder richtig laufen kann. Also wir haben wilde Verletzungen auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wirklich sehr viel Pech, aber halt auch im Verbund mit, dass wir viel verletzungsanfällige Spiele im Kader haben. Ja, das ist halt das Risiko, dass man eingeht. Es ist jetzt gar kein Vorwurf an jemandem, zu sagen, man holt verletzungsanfällige Spiele, aber es ist halt immer auch eine kleine Wette, muss man sagen. Ja, ja. Ja, stimme ich dir so gesehen zu. Also, wie gesagt, wer war das jetzt, der jetzt den dritten Kreuzbandriss erlitten hat von unseren ehemaligen Spielern? Ach, Diersen. Diersen in Kassel. Diersen hat jetzt in zwei Jahren irgendwie drei Kreuzbandriss oder in drei Jahren. Da siehst du es halt, weißt du, wovor ich halt gerade Angst habe. Tim Diersen kriegt auf einmal in zwei Jahren drei Kreuzbandriss. Weißt du, ich meine, damit ist halt nichts zu spaßen und da ist halt jetzt die Frage, hier, wir können nur hoffen, wir können einfach nur hoffen, was bleibt uns anderes übrig und von unserer Seite natürlich um Gottes Willen kommen so schnell wie möglich zurück. Werd gesund und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, und dreht den Leuten in den Arsch, wenn die Kopf mal wieder runtergehen. Genau. Ich hoffe, er bleibt irgendwie nah in der Mannschaft dran, so gut es geht. Es ist immer schwierig, wenn du nicht Teil davon bist, aber ich hoffe, ich hoffe, dass er irgendwie dran bleibt und ja, ein Sprachrohr bleibt in der Mannschaft. Ja. zum letzten Spiel gestern, also wir sind ja der transparente Podcast, heute ist, was haben wir jetzt gerade, Mittwoch, zwölf Uhr mittags. So, das heißt, gestern Abend waren wir auf dem Berg und haben das Spiel gegen Fulda gesehen. Ähm, ja, bittere Nummer. Du verlierst halt durch einen individuellen Fehler, äh, falsch, du gewinnst nicht durch einen individuellen Fehler, ähm, aber kein Vorwurf. Ich meine, sowas passiert, es ist scheiße, ja. Einziger Vorwurf, den man machen kann an die Mannschaft, dass wir es nicht wieder hinbekommen haben, uns nochmal mehr Großchancen rauszuspielen. Da waren so zwei, drei Situationen dabei, der hätte reinfallen können, aber ich hab's dann auch gesehen, das ist was, das Bitteste, was passieren konnte, dass die so vor der Halbzeit noch den Ausgleich kriegen, weil die hätten sonst anrennen müssen und wäre das nicht gefallen, bin ich mir sicher, hätten wir 2-3-0 gewonnen, weil die dann aufmachen, ja, weil die uns dann Räume gegeben hätten. So war es einfach scheiße und, ähm, wie gesagt, wieder ein individueller Fehler, wie da auch schon gegen Ahlen, ich meine, beim Albrecht war das ja die Nummer, dann beim, äh, beim ersten Spiel gegen Stuttgart Kickers, was im Endeffekt auch ein individueller Fehler. Das ist jetzt, und deswegen ist das... Gegen die anderen haben wir den Fehler von Staude gehabt. Genau, genau. Ja, es sind immer, es ist tatsächlich nicht, ähm, wenn du jetzt so an das Systemische denkst und was ein Trainer beeinflussen kann, ist das, also ich, ich finde, du siehst eine extreme Handschrift. Das habe ich bis jetzt bei keinem Trainer so gehabt und, ähm, ich glaube, solange das immer noch besser wird, wie diese individuellen Fehler abstellen, das Selbstvertrauen mehr wird, dann habe ich da wirklich gute Hoffnung, dass wir auch diese Dinge abstellen, dann werden wir auch zwangsläufig einen, äh, einen Lauf starten, wenn wir denn mal jetzt auch von Verletzungen, ähm, irgendwie verschont bleiben und vielleicht noch den einen oder anderen Spieler bekommen. Aber, nochmal zurückzukommen zu gestern, war für mich ein guter, ordentlicher Auftritt. Ähm, wir hätten, wir waren die bessere Mannschaft, haben halt leider nicht vorne ein weiteres Ding gemacht und eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ist, dass man Nassaroff rausnimmt am Ende, äh, so früh. Das weißt du, aber ganz kurz, das habe ich auch gesagt, das weißt du ja nicht. Vielleicht hat er ja gesagt, hier, ich kann nicht mehr, irgendwie Oberschenkel macht zu, ich kriege Kremwe, das weißt du ja nicht als Fan. Das stimmt, das stimmt. Eine Sache noch, zur letzten, aller, aller, allerletzten Szene, wo der, wo dem, wo dem Stürmer das Ding, machst du dem Schiedsrichter einen Vorwurf? Ah, 100 Prozent. Es gibt zwei Optionen. Entweder, du pfeifst ab, oder, du lässt die Szene noch laufen. Ja. Aber, sprich, vor dem, vor dem Abschluss pfeifst du ab. Aber diesen Abstoß spielen zu lassen, das Ding kommt vor die, die Füße, Alter, der läuft alleine aufs Tor und dann abzupfeifen, dann, ganz ehrlich, der Schiedsrichter, ich sag jetzt nicht, was er Arschloch oder sonst irgendwas, sondern ich sage eiskalt, da muss er sich hinsetzen und sagen, fuck, hier hab ich einen Fehler gemacht. Punkt. Ja. Ich glaube, er hat tatsächlich, also ich verstehe auch nicht, warum er noch freigegeben hat, aber ich glaube, er hat das nicht mehr gesehen, dass der Ball zu uns kam, hat schon abgepfiffen gehabt. Ich glaube, das hat er nicht gesehen gehabt. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Ich hab mich auch aufgeregt, keine Frage, aber ich denke, da hat er einen Fehler, ja, einen Fehler hat er auf jeden Fall gemacht. Einen Fehler hat er auf jeden Fall gemacht. Das ist unbestritten. Ja. Aber gut. Ja, ne? Ich glaube, das war es auf dem Sportlichen. Wir haben uns ja an der Halbzeitpause gestern gesehen und mein Feedback nach der ersten Halbzeit war, hier, Alter, ich hab nix zu meckern. Es war eine solide erste Halbzeit. Schade, dass es eins gefallen ist. Hat mir wirklich gefallen, auch von den Abläufen und so weiter. Und dann kam die zweite Hälfte und da hab ich mir gedacht, Alter, da kommt ja gar nix mehr. Da kommt ja nix mehr. Jetzt hör mal auf zu gähnen, Alter. Nehme mir Podcast auf, da musst du topfit sein. Ich war gestern noch ein bisschen länger weg. Es war nicht geplant. Alter, Alter, Alter. Das ist wie der Kicker ist hier. Oh, Mann. Sitze hier wieder noch, weißt du, mit noch gefühlt zwei Promille hier in dem Podcast und gähnt mir hier die ganze Zeit einen vor. Unglaublich. Ein Typ. Nee, aber wie gesagt, die zweite Halbzeit, das war ja gar nix, Alter. Das war ja nix. Da kam ja nix mehr. Und das ist immer so, was ich halt immer nicht verstehe, hier ist. Hörst du jetzt mal auf zu gehen? Kann mich hier gar nicht mehr konzentrieren. Ich mach jetzt gleich die Kamera aus. Dann trink doch mal ein Konterbier. Die Leute wollen Euphorie. Die Leute wollen Leidenschaft. Nicht mehr so eine Schlaftabende wie dich. Du fängst hier doch gerade an, dass alles scheiße ist in der zweiten Halbzeit. Nein, da muss man einfach auch mal drüber sprechen können. Punkt. In der zweiten Halbzeit kam gar nix. In der zweiten Halbzeit, was war denn dieses Einzige, was wir hatten, war dieser eine Kopfball, der leicht übers Tor ist. Ansonsten kam ja keine Chance mehr. Warum? Auf einmal, die Mannschaft war wie ausgewechselt. Ja. Ja. Also, hab ich das nicht so gesehen. Wie gesagt, die waren dann halt komplett hinten drin gestanden, haben nicht mehr aufmachen müssen. Das war eher das Problem. Da waren die wieder mit elf Mann dann komplett hinten und dass die Kräfte weniger werden, ist ja auch klar. Also, ich hab das jetzt nicht so krass gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab das gesehen wie Wechselduschen. Ich hab gedacht, die zweite Halbzeit, das war ja gar nix mehr. Okay. Also, da war ich wirklich auch, da war ich schon wirklich am gewissen Punkt auch wirklich sauer, wo ich mir so denke, ey, du hast schon recht, mit der Auswechslung von Nazarov ist natürlich einiges rausgegangen, ja, ähm, an irgendwie Spielwitz oder beziehungsweise auch, ähm, ja, Druck. Aber da kam halt nach vorne nix mehr. Und dann Pfeiffer, Totalausfall, Wanner hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Wanner hat mir auch nicht gefallen, nee, muss ich sagen. Aber gut, der kam jetzt von der Verletzung, ja, also. Ja, aber weißt du, wir können doch nicht immer nur noch Ausreden suchen. Verstehst du? Man kann doch auch einfach mal ganz knallhart sagen, Alter, das war nix. Und das ist doch okay. Du kannst doch einfach mal als Fan hingehen und sagen, ich meine, du musst dich ja nicht beleidigen und denen den Tod wünschen, so wie manch andere im Internet, aber du kannst ja einfach mal hingehen und ganz offen sagen, Alter, ich find dich geil, aber dieses Spiel war scheiße. So. Bei Wanner ist das so, da muss ich, und auch bei Fiverr, ich find den Fiverr unglaublich sympathisch, ich glaub, mit dem würd ich gern mal was essen gehen, mit dem, glaub ich, hast du richtig Spaß, wenn du mal ein Feiern gehst, das ist, glaub ich, ein richtig toller Mensch, aber das, was der gestern geleistet hat gegen Ahlen, das war ein super Tor, gar keine Frage, was er gestern geleistet hat, war nix. Fertig. So, und hat gar nix gebracht. Aber, Strich drunter, gucken wir mal auf die Konkurrenz. Ja. Ich glaub, die Überraschung der Saison, oder zwei, drei Überraschungen der Saison, Alter, Homburg, ist der erste Trainer, der geht, Alter. Sehr krass, ja, also, das ist, die haben jetzt auch gestern wieder geführt und dann nicht gewonnen, glaub ich, gegen Schott Mainz. Nein, die haben gegen Schott Mainz 2-0 hinten gelegen, Alter. Ach, sowas, okay. Ach, Schott Mainz sind die, die nie gewinnen, ja, 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 okay. Du hast ja quasi diese zwei unten in der Liga, das ist Koblenz und Schott Mainz, und dann kommt dann Schott, spielt dann gegen Homburg, ich glaub, die haben in Mainz gespielt, nee, Quatschuga in Homburg, Alter, und führen einfach mal 2-0, und Homburg hat dann noch grad so mit Ach und Krach das 2-2 gemacht, ja. Und du darfst ja nicht vergessen, die haben, die haben Darmstadt im DFB-Pokal 3-0 nach Hause geschickt. Haben sie uns einen Gefallen getan, ja. In der, also, scheißegal welche Mannschaft, aber gegen einen Erstligisten haben die 3-0 gewonnen und haben jetzt nach fünf Spieltagen zwei Punkte. Das heißt, da stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht, ja. Irgendwas ist da, ist da, ist da durch, ja. Keine Ahnung. Ich sage, dass der erste Trainer, der gehen wird da in Homburg, dass werden die nicht lange mitmachen. Die haben ja auch, glaube ich, einen höheren Etat als wir. Nee, ich glaube, wir sind minimal höher, aber ja. Trotzdem, gebe ich dir voll recht. Das ist schon heavy. Ha. Ja, also Negativ-Dings, also, was auch natürlich überraschend ist, ist Steinbach-Heiger, dass die sich so schwer tun. Ja. Ich meine, wir auch, das werden die über uns sagen. Ich kenne jetzt die Insights da nicht groß bei denen. Wir haben gleich viele Punkte, wir haben beide sieben Punkte. Ja, ja. Wir spielen jetzt, Und, ähm, positiv Überraschung, also was krass ist, sind die zwei Stuttgarter Mannschaften. Ja. Ja, absolut. Ich meine, Stuttgart, also die zweite vom VfB, Alter, fünf Spiele, 15 Punkte, ja. Wir haben einfach mal acht Punkte mehr, als wir nach fünf Spielen. Ja, krass. Krass. Und da siehst du wieder diese ganze Scheiße mit den zweiten Mannschaften. Und da guckst du ja weiter, guckst du dir Hoffenheim an, Alter, mit einem Marktwert von sieben Millionen, ja, die, die Bombenfußball spielen. Dann guckst du dir die anderen Vögel da an, die gerade aufgestiegen sind von der Andermain-Seite, ja. Dieser blöde Nacho da vorne, dieser Bastard, ja. Der hat schon wieder fünf Toren gemacht. Ja. Der hat letzte Saison alles kurz und klein geschossen, ja, und dann kommt das Arschloch bei uns vor die Tribüne und jubelt, ganz ehrlich, und dann hat er schon wieder fünf Tore. Und dieser andere, der da vorne rum gehüpft ist, der hat ja auch schon keine Ahnung, drei Tore oder was von denen. Ich weiß nicht, wie der heißt, Futko oder sowas. Futko, ja. Fut, 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 Irgendwas. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja unglaublich. Und diese ganzen zwei Mannschaften, die gehen mir so unfassbar auf den Sack. Es ist jedes Mal das Gleiche. Es ist immer eine Wundertüte. Und dann hast du dann, wie gesagt, sowas wie Freiburg, die dann auf einmal die goldene Generation haben und alles kurz und klein schießen bei uns, ja. Äh. Sei es damals Mainz gewesen, sei es, was weiß ich, Freiburg, es kotzt mich einfach nur noch an. Das kotzt mich so dermaßen an. Haben immer einen guten Jahrgang, ja. Das langt. Das langt. Ja. Der Vorteil ist, wenn die halt das in dem einen Jahr nicht schaffen, dann weißt du, im nächsten Jahr musst du nicht mehr mit denen rechnen. Aber immer in diesem einen Jahr. Und bei Stuttgart musst du halt hoffen, dass da irgendwie in der ersten Mannschaft, dass es da nicht läuft, dass sie von der zweiten Mannschaft Leute brauchen. Ähm. Ich, ja. Also, wer mir richtig Angst gemacht hat, wirklich Hoffenheim. Wirklich. Oh ja. Oh ja. Die haben mir richtig Schiss gemacht. Ich sagte, wie es ist. Ey. Was eine krasse Mannschaft von den Einzelspielern her. Und auch so vom, vom. Ja, noch alle super jung. Gefüge. Ja, brutal. Erinnere dich mal an Freiburg, als sie aufgestiegen sind. Da ist ja gefühlt 90 Prozent der Mannschaft danach in die zweite Liga gewechselt. Mhm. Das wird, also bei Hoffenheim wird die Hälfte der Mannschaft in die Erstliga wechseln. Ja. Oder. Das ist, das ist echt unglaublich. Das ist echt krass. Ja. Und da muss ich auch einfach, da muss ich immer noch sagen, diese, ja. Hast du das mitbekommen mit den, mit den Kassler Fans, die, ähm, jetzt so, äh, sich gegen die Eintracht Amateure da aufgeregt haben und gesagt haben, hier, es ist kein Unterschied zu Red Bull. Ja. Was ihr da euch immer in der ersten Liga über Red Bull aufregt, ihr macht genau dasselbe in der, in der, in den unteren Ligen. Ihr kauft euch einen Verein, ähm, mit Hessen 3 Eich. Ähm, geht dann damit in die Mannschaft, äh, dann buddert ihr Geld ohne Ende rein in diese Mannschaft und das ist komplett mit Bösserzerrung. Ja, Doppelmoral. Absoluter Doppelmoral. Naja, klar. Ja. Absoluter Doppelmoral. Ich find's, wie gesagt, ich find's einfach eine Schweinerei, dass die DFB da immer noch keine, du schaffst es ja auch für die U21, Quatsch, für die U19 irgendwie eine eigene Liga zu machen, sollen die doch da irgendwie spielen, weißt du? Sollen die doch irgendwie, keine Ahnung, die zweiten Mannschaften da eine eigene Liga machen, da kommen dann die ganzen VFBs und Dortmund und was weiß ich, sollen sie eine Liga machen und dann haben wir endlich Ruhe vor denen, jetzt mir geht das so auf den Sack, du kannst einfach, du hast doch schon vollkommen recht, wie willst du denn da mithalten? Keine Chance. Wie willst du denn, wie gesagt, wie willst du denn bei sowas mithalten? Mal abgesehen, mal abgesehen von dem Etat, die die dann für die einzelnen Spieler haben, was die da auch drumherum halt alles für Möglichkeiten haben, im Scouting, in der Leistungsdiagnostik, in den Trainingsplätzen und so weiter und so fort. Ja, also da sprechen wir ja noch nicht mal davon, dass die, richtig, du sprichst ja noch nicht mal davon, dass die ersten, dass die Erstligaspieler dann mal halt in der dritten Spiele, in der vierten Liga spielen. Dass das überhaupt möglich ist. Davon spreche ich ja schon gar nicht. Dass das überhaupt möglich ist, dass du da so viele Spieler einsetzen dürftest, wie du wolltest. Du könntest ja jedes, also dass das nicht irgendwie auf zwei, drei Spieler beschränkt ist, die dann maximal drei Spiele machen dürfen. So, das wäre das Einzige. Aber nein. Ja, darüber könnte ich mich auch immer wieder aufregen. Aber lass uns mal weitermachen in der Liste, weil wir wollten ja eigentlich nur ganz kurz darüber sprechen. jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde hier auf dem Tacho, Alter. Wir haben einen Abgang. Endlich. Die Kausa Schillenjitzki und Kicker ist offenbar endlich vorbei. Ende aus Nikolaus. Ich will da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich fand, die Pressemeldung hat es gut getroffen. Gehen getrennte Wege, Punkt. Doch, ich will was dazu sagen. Ich will was dazu sagen. Ja, ich halte mich da raus. Ich kenne die Hintergründe nicht und deswegen lasse ich da ran. das ist etwas, was ich einfach mal ankreide. Und das will, es ist wieder Zeit, sich unbeliebt zu machen. Aber ich möchte es einfach mal ansprechen. Ich weiß, ich kenne die Hintergründe natürlich auch nicht. Aber was wir immer bedenken müssen im Fußball, es sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Du hast Förderer. Du kennst es doch selber, Sebastian, du kennst es ja selber aus der Firma. Wenn du niemanden hast, der dich fördert, sondern nur nach unten trittst, wirst du keine Karriere machen. Wenn du niemanden hast, der dich fördert, sondern du quasi den Leuten oder einer von vielen bist, wirst du keine Karriere machen. Es ist einfach Fakt. Du willst am liebsten zu diesen Menschen gehen, die was von dir halten, die dich fördern, die dich nach oben bringen. Das ist ganz normales menschliches Verhalten als Arbeitnehmer. Dazu kommt eben diese gesamte Nummer mit, wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nicht. Die einen sagen, der wird nach Halle gehen, der nächste sagt, dass die Familie sich nicht wohlfühlt in Offenbach und so weiter. Aber gehen wir mal zu den Fakten. Sobozik hat ihn entdeckt, hat ihn hierher gelockt. Wahrscheinlich auch mit Versprechen, die ihm nicht eingehalten worden sind. Wie soll ich es ausdrücken? Und dann geht er in Sobozik, es geht in Rissic, wir haben diese ganzen Umbrüche, wir haben diesen Druck und was weiß ich was alles. Das, was ich ihm ankreide, ist, dass er diesen Vertrag verlängert hat. Ja. Dann musst du eigentlich, dann musst du den Vertrag erfüllen. Das ist seine verdammte Pflicht. Aber diese Hetzjagd, sorry, diese Hetzjagd, die gegen Menschen gemacht wird und da breche ich jetzt einfach mal eine Lanze und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und ich weiß, dass ganz viele eine andere Meinung dazu haben. Das ist aber okay. Aber ich möchte jetzt einfach mal meine Meinung loswerden. Diese Hetzjagd, dieses unglaubliche Beleidigen, dieses Draufhauen, Leute haben dir den Tod gewünscht. Der eine hat geschrieben, Alter, im Internet, er hofft, dass er mit dem Auto einen Unfall hat auf dem Weg nach Polen oder auf dem Weg nach Halle, sowas. Wenn du sowas liest, Alter, da wird dir doch, weißt du, ich muss das jetzt einfach mal ganz knallhart sagen, das kannst du doch nicht bringen, Alter. Dass das ein moralisches Arschloch ist und auf dieser Ebene, was weiß ich, diese ganze Scheiße da gemacht hat und wir Probleme haben mit, also sprich, dass er nicht spielt und dass wir die Gehälter nicht freigeben haben, dass wir neue Spieler verpflichten können und so weiter. Da können wir alles drüber diskutieren. Moralisches Arschloch. Aber du kannst dem doch nicht den Tod wünschen, Alter. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach nicht du. Und da kannst du auch nicht mehr sagen, das ist ein Mensch oder sowas. Nein, das siehst du immer öfter in unserem Umfeld. Wenn ich mir diese, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema, wenn ich mir diese, diese, diese Kommentare durchlese, jetzt über Alvarez online, der Spieler spielt bei uns. Du möchtest gerne, dass dieser Spieler zehn Tore schießt und da siehst du Kommentare, ich werde die nicht, das müsste man einfach mal vorlesen, Alter. Was die Leute da schreiben, von wegen zu oft am Gyros Stand gewesen und was weiß ich was, das ist dann nicht mehr lustig. Sondern dieser Spieler liest diese Scheiße doch vielleicht auch, der kriegt das doch mit, Alter. Und unser Umfeld hat irgendwelche, sorry, irgendwelche Spastiker online, ja, die sich dann da hinsetzen und irgendwie so dumme kommen, also da musst du geistig schon ganz beisammen sein, Alter. Wenn du solche Kommentare bringst, wie ich hoffe, dass der auf dem Weg nach Hallen einen Nauderunfall hat oder was weiß ich, dass der zu oft am Gyros Stand war und dass der zu fett ist und was weiß ich was, diese Beleidigung, Alter, in unserem Umfeld, das muss doch mal aufhören, Alter. Ja. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Absolut. Aber wie gesagt, ich äußere mich zu diesem jetzt geht immer nicht. ich wünsche ihm gar nichts, weder Gutes noch Schlechtes. Er muss damit zurechtkommen, dass er jetzt in Offenbach auf jeden Fall nicht mehr gesehen wird. Ja. Gern gesehen wird. Moralisch absolut, aber wie gesagt, weiß nicht, ich kenne die Hintergründe nicht und der Umgang mit ihm ist eine Katastrophe, das gebe ich dir auch, also von unseren Fans aus. Ich glaube, sportliche Leitung hat hier alles richtig gemacht. Ich glaube, wir wären auch hart geblieben, wenn der Rossmann sich nicht verletzt hätte. Aber das ist auch Spekulation. Jetzt müssen wir halt gucken, abgehakt ist für mich erledigt das Thema und der neue Verein wird dann das selbe Problem mit ihm haben, weil sowas, sowas, ja, das ist ja in der Regel kein Einzelfall dann. Genau, aber ich stimme mich dir zu 100 Prozent zu. Diese Kultur, diese, man kann es ja eigentlich gar nicht Kultur, Gesprächskultur nennen, das ist ja eigentlich nur abartig. Hast du halt in der kompletten Gesellschaft und das wird ja auch immer schlimmer, das halt aus dem aus dem anonymen Bereich raus, solche Dinge zu schreiben. Würdest du niemals machen, wenn er vor dir steht. Niemals. Vor allem der Schienetzki, der irgendwie drei Kopfgröße als 90 Prozent der Leute in Offenbach ist, würdest du es niemals zu dem sagen. Aber für mich, Thema gegessen, will der auch gar nicht, also wenn du jetzt noch Bedarf hast, drüber zu reden, ich möchte einfach mal über die Reaktion der Fans sprechen. Verstehst du? Also jetzt mal, gehen wir das mal, das Janiecki-Thema abhaken, das ist das letzte Mal, dass wir den Mann erwähnt haben, wir haben das Geld jetzt freigegeben, hoffentlich können wir dadurch irgendwie uns verstärken. So, Punkt, der ist jetzt weg, Feierabend. Und da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber diskutieren, da hast du vollkommen recht. Aber über diese Reaktion online, ja, über diese Reaktion, ich gucke, ich lese es gerade wieder durch, während du hier gerade gesprochen hast, bin ich hier gerade am rumscrollen und gucke mir diese ganze Scheiße wieder an. Und da muss ich wirklich sagen, da gibt es ganz viele Menschen, die richtig, die haben eine negative Meinung und das ist auch okay. Jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung, gerade im Kickersumfeld, dann kannst du die auch ausdrücken, ja. Da kann dir, sagt der eine hier, der, was weiß ich, der ist seit vier Jahren nicht mehr auf diesem Level und der hat weiterhin, keine Ahnung, zwölf bis 15 Kilo zu viel. Ich denke, da kommt nichts mehr. Alles gut, das kannst du, sowas kannst du ja sagen. Aber alle den zu beleidigen und das jedes Mal wieder aufs Neue, ja. Da hat einer zum Glück mal geschrieben, hört mal auf mit der Scheißhetze gegen einzelne Spieler. Es kann die Mannschaften, die Leistung kritisiert werden, aber auch mal angemerkt werden, dass ein Spieler XY ein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber was hier teilweise geschrieben wird, ist absolut ekelhaft und unter der Gürtellinie und es sind immer die gleichen Idioten und genau das stimmt. Mhm. Ja. Der Nächste, da unten drunter geschrieben wird, danke, meine Worte, was für ein Unsinn hier regelmäßig geschrieben wird, ähm, will ich Clowns, dann gehe ich zum Zirkus Krone. Ja. 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 Wenn du dir diese Scheiße anguckst, was die Leute da schreiben und das muss einfach mal ein Ende haben und da muss ich auch wirklich sagen, das ist das, was unser Umfeld halt auch ausmacht, dass du, du spielst, du spielst, bringst einfach gerade nicht die Leistung, aus welchen Gründen auch immer und dann musst du doch diesen Spieler erst recht unterstützen, du kannst ihn auch von mir aus kritisieren, aber doch nicht beleidigen, Alter. Und auch irgendwo, keine Ahnung, diese, unter der Gürtellinie, das muss doch einfach mal ein Ende haben. Wir spielen drei Spiele scheiße, dann heißt es mit der Trainer muss raus, Christian Hock ist scheiße, Geschäftsführer Scheiße und die Wosch schmeckt sowieso nicht. Genau. Genau. Die Wosch schmeckt sowieso nicht. Der ganze Scheiß bricht gerade aus mir raus. Ich kann mich da stundenlang darüber aufregen, über diese ganze Kacke, Alter, was in unserem Umfeld passiert. Ja. Lass doch, lass doch das Thema wechseln. Zu Wosch schmeckt sowieso nicht. Zum Catering. Alter. Das ganze Thema Catering. Geht ja weiter wie bisher, ne? Ja. Also, ich muss tatsächlich sagen, es hat sich nichts geändert. gestern, ich ärgere mich ja meistens auch über mich selbst, dass ich da immer noch kaufe. Ich war gestern während dem Spiel, ich habe es Tor verpasst übrigens, weil ich schnell was holen wollte. Ich hätte es nicht verpasst, hätte es einfach statt 10 Minuten, 2 Minuten gedauert bei einem leeren Stand. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, wie du so langsam sein kannst. es ist unfassbar. Ich gehe da hin, es ist eine Person vor mir und wirklich ungelogen, für zwei Personen, ich glaube jeweils drei Getränke, 10 Minuten. Ich habe es nicht. Ich kapiere es nicht. Ja? Ich muss, ich muss sagen, was ich halt krass finde ist, du musst doch als Firma irgendwie auf irgendwas stolz sein. Verstehst du? Ja. Du willst doch, keine Ahnung, gewissen Stolz willst du doch irgendwie als Firma haben. Du willst doch nicht als Firma gelten, wo es heißt, Alter, das ist widerlich. Das ist grottenschlecht, diesen so blöden Bier zu zapfen. Du willst doch irgendwie einen gewissen Stolz haben. Ja? Und da kannst du doch auch einfach mal sagen, hör mal zu, Alter, ich mache jetzt hier ein richtig geiles, irgendwas richtig geiles, so ein Signature-Ding, ja? Das kostet von mir auch Sippe Euro, das Brötchen, und da weißt du ganz genau, da sind gute Zutaten drauf, das ist geil, das gibt es nur ein Biberer Berg, ich weiß es noch, der Mirko hat es damals gesagt, das Bergsteigerbrötchen. Mhm. Wir haben doch diese Ideen in der Fanszene und was weiß ich was, einfach mal mit Stolz etwas machen und auf der anderen Seite gibt es irgendwas richtig billig, der billigste Rotz, den es gibt, so aus der Packung, irgendwie so ein Billigwurst für, keine Ahnung, drei Euro, und dann kannst du dir aussuchen, was du dir nehmen kannst. Kannst du auch machen. Aber mach doch, du musst doch auf irgendwas stolz sein, aber das ist ja, das ist ja alles nix. Mhm. Das ist doch alles nix. Also ich esse da nix mehr, das kannst du glauben. Ja, essen tue ich auch nix mehr da. Nee. Ja. Ja. Wie gesagt, man ist halt abhängig. Das ist ein schönes, das ist ein schönes, Monopol, das da ist während dem Spiel. Na klar, man kann auch nix trinken. Aber wie soll ich dann die Kickers aushalten? Da muss ich aber sagen, dass du mal aufsteigen. Bei dem Spiel gegen die anderen, da sind Leute, ich hab's ja nur erzählt bekommen, ich war ja auf der Haupttribüne, aber anscheinend in der Waldemar-Klein-Tribüne umgegangen. Da sind Rettungssanitäter, einen nach dem anderen sind da hin und haben sich mit Leuten gekümmert. Das ist doch mal so ein Moment, ganz ehrlich, da war die Hitze des Todes. Das ist doch mal so ein Moment, wo du als Catering-Typ sagst, so Leute, wir erwarten hier, keine Ahnung, 40 Grad, der Beton heizt sich auf, da sind alte Menschen, da sind Kinder dabei und so weiter. Wir machen jetzt mal für die Menschen, was er für einen Euro. Ich bin ja immer noch, sorry, deutschlandweit muss es einfach eine Regel geben, dass spätestens bei diesen Spielen im Winter ist mir das scheißegal. Aber bei solchen Spielen muss es deutschlandweit eine Regel geben, genauso wie die Cooling-Break es geschafft hat zu den Spielern. Genauso muss es deutschlandweit eine Regel geben, Wasser kriegst du für einen Knüppel. Du zahlst einen Euro, von mir hast zwei. Ganz ehrlich, so ein Tropfen Wasser kostet dich nichts. Und du hast trotzdem noch gefühlt, 5000% Gewinn an dem Scheiß. Und da muss einfach stilles Wasser genommen werden, das muss ja nicht mal kalt sein, einfach, keine Ahnung, 1000 Becher hinstellen. Ja? Selbst wenn du die am Ende wegkippst, lohnt es sich noch. Und dann sagst du zwei Euro und dann gibst du nur noch raus. Gerade bei so einem Spiel. Leidiges Thema. Leidiges Thema. Haben wir denn was Positives eigentlich? Warte mal, es geht nur weiter. Ach Gott, hast du noch mehr. Okay. Die Bild-Zeitung. Ach, stimmt ja. Stimmt, ja. Haben wir gestern auch mal endlich einen Banner wieder gehabt während dem Spiel. Ich habe ihn heute Morgen erst lesen können. Aber ja, Bild-Zeitung berichtet wie immer in Form von Manfred Schäfer in größter Bravour über uns. Egal, was die Kickers irgendwo machen, ist alles schlecht, alles scheiße und ja, es bleibt halt hängen. Und das kotzt mich dermaßen an, was dieser Mensch... Das ist halt die Bild. Ja. Wir müssten uns irgendwie, keine Ahnung, eine Erotik-Darstellerin nackt in Block stellen, dann würden die sagen, boah, geil, Kickers. Das ist halt das Niveau der Bild, weißt du? Ja, wir sollten vielleicht jedes Mal, wenn der Manfred Schäfer einen Bericht erstellt, einen Bericht über Manfred Schäfer erstellen, weißt du, irgendwas rausfinden, so einen Detektiv engagieren, der über das Leben von Manfred Schäfer berichtet. Also es ist, was das, ja, dieser, einfach ekelhaft, einfach ekelhaft, was diese Zeitung und dieser Typ da von sich geben, also erbärmlich, erbärmliches Leben, ist einfach so. Und gestern war ja schön, dieser schöne Banner im Block, ich krieg's grad nicht mehr zusammen, aber schien ich, selten so was Trägisches gesehen, schicken sie mir erst mal in den Chefredakteur, irgendwie sowas, anspielern auch. Ich spiel's doch, warte mal, ich spiel's grad mal ein. Ja. Ja. Habe ich euch noch nicht erlebt, sowas Dreckisches. Schicken sie mir in den Chefredakteur, wie können sie mich überhaupt sowas ansprechen, ich hab meinem Leben noch gar Geld nicht weiß, wie ist es. Dreckschwein. Habe ich euch noch nicht erlebt, du, was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein, sagen Sie mir das? Sag Sie mir das. Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Habe ich Ihnen einen Grund? Es ist doch gut, dass du sagst Ihnen ein Träckschwein, dann rennen Sie mich gerütteln. Gehen Sie weg. So. Genau das. Das ist halt das Original. Genau das. Genau das. Und war ja auch mal, ist ja der Zielsohn vom, war das, ich glaube er war der Zielsohn vom Canellas, meine ich. Und der war ja, als er das gesprochen hat, war er ja damals in Dresden. Ich glaube der hieß, genau der Rolf-Jürgen Otto, der hat ja Dresden komplett kaputt gemacht damals nach der Wende, ja. Ah, dann war es nicht der Canellas, nicht der Zielsohn. Ja, ich kriege es nicht mehr zusammen, auf jeden Fall waren beide ja auch bei den Kigas vorher, irgendwie sowas. Aber dieses Zitat war er dann damals, weil er ja. Der Otto kam aus, der Otto kam aus Heusenstamm ursprünglich. Ja, okay. Ja, so. Und der war halt bekannt, der war halt irgendwie, hatte irgendwie Discos oder Kneipen oder was weiß ich was, hat Veranstaltungen gemacht. Dadurch war er halt einfach bekannt und war dann auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube bei Neu-Iseburg oder was war der unterwegs und war dann später natürlich 90er Jahre, das war halt so die Zeit, wo wir den Osten ausgebeutet haben, war dann natürlich so auf einmal Bauunternehmer, ist ja ganz klar. Ja. Und der ist ja dann quasi, ich glaube, warte was, es müsste Saison 94, 95 gewesen sein, der Skandal oder 93, 94, irgendwie so, ist er zu Dynamo Dresden gegangen und hat dann damals dieses geile Interview gegeben. Ja. Da hat er nämlich mehrere Millionen veruntreut, so wie alle Bonzen damals, sorry, muss man einfach mal so sagen, wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt ist, haben alle mit den ganzen Ostvereinen gemacht, die haben die ja bluten lassen, bis zum geht nicht mehr, die haben keine Ahnung gehabt und jeder wollte von denen in die Bundesliga, von den Spielern und die Vereine haben sich alle kaputt machen lassen durch diese Fettsäcke und er hat damals drei Millionen Mark veruntreut, ist auch glaube ich dafür in den Knast gewandert und dann gab es dieses Interview bei RAN. Aber das war nicht der Vollführung Otto, sondern der Willi Konrad, der dieses Interview gegeben hat und der Willi Konrad war der Zison vom Canellas, war auch damals der Kronzeuge, ich habe es gerade nachgelesen, der Kronzeuge beim Bundesliga-Skandal 1971 und hat übrigens, was ich hier gerade lese, für Kickers offenbegegangen ihm die Verpflichtung des auch vom namhaften mit Konkurrenten gejagten Stürmers Erwin kostete. Genau, richtig, genau. Sehr interessant. Da wollte ich ja gerade drauf kommen, der Otto war ja der Typ von Dingens Von Dresden und der hat den Willi Konrad geholt und der war Spieler für mich da damals. Genau, richtig. Und dann ging es ja damals und er hat dieses Interview gegeben. Genau, weil er darauf angesprochen wurde, warum er Geld in die Schweiz verüberweisen würde und er hat Leben noch nicht Geld in die Schweiz überwiesen und ich glaube, ein paar Monate später ist er rausgekommen, er hat Geld in die Schweiz überwiesen und darauf war dieses Spruchband gestern. Genau, der Willi Konrad war quasi der Zise beziehungsweise die, wie heißt das denn, die ausführende Kraft hinter dem Otto und die zwei haben quasi Dresden kaputt gemacht und da kam dieses Interview zustande. Sorry, das stimmt. Das war vollkommen recht natürlich. Genau. Und dieser Banner gestern, ich lese es gerade mal vor, ich habe gerade gefunden, Manfred, also Manfred Schäfer, was fällt dir überhaupt ein, solche Artikel zu schreiben? Sowas Dreckisches haben wir noch nicht erlebt. Schick uns erstmal einen Chefredakteur. Dreckschwein. Dreckschwein. Ja, das Dreckschwein steht noch dazukommen. Das hätte noch dazukommen müssen. Ganz groß dann, ganz grüber, aber ja, Dreckschwein auf jeden Fall. Hoffentlich sah es auch auf der Tribüne, hat es gesehen. Ja, ich muss auch sagen, ich lese es trotzdem. Also noch mal, ich glaube, es sind wieder zwei Paar Schuhe. Ich will wissen, was die über uns schreiben. Wir hatten auch online irgendwie hier und da die Diskussion, warum das überhaupt gepostet wird. Ganz einfach, mich interessiert, was die über uns schreiben und deswegen lese ich das. Aber diese Meinung habe ich natürlich auch. Gar keine Frage. Ja. So, kommen wir mal ganz kurz zu ein, zwei Kickers-Themen. Und zwar, weiterhin, das Fanmuseum braucht Hilfe. Was bedeutet das? Also, klar, immer wieder gerne Fanmuseum Patenschaft 1901 im Jahr. Das können wir uns alle leisten. Was das Fanmuseum da leistet, das kann ich immer wieder nur betonen. Das ist einfach nur brutal geil. immer wieder ein Reise wert. Übrigens, beim Spiel gehe die andere Main-Seite, habe ich mal meinen Stiefvater mitgenommen und habe ihn durch das, er hat mit Kickers-Offenbach gar nichts, nur hat mit Fußball gar nichts zu tun. Ich habe ihm mal gesagt, weißt du was, ich zeige dir mal, wo ich da immer hingehe, was ich da mache und so weiter. Und dann stand der, wir haben dann eine Führung da gemacht, beziehungsweise, mit ihm bin ich da durchs Fanmuseum gegangen und dann stand der auf einmal vor irgendwas und dann kam dann irgendeine Geschichte, ich glaube, der Arim hat die Geschichte erzählt und mein Stiefvater, der im Fußball-League-Studio, er stand da und hatte Tränen in den Augen. Da habe ich mir einfach nur gedacht, wie geil, weißt du, so kannst du Menschen begeistern. Das Lustige ist, wie gesagt, er hat mit Fußball, in Anführungszeichen, nichts zu tun, also der guckt halt die Ergebnisse an, guckt halt Spiele und so, von der Bundesliga, guckt Sportstudio, aber ist jetzt kein Fan oder sowas und seit dem Spiel guckt er jetzt irgendwie, wer aufgestellt wird. Ehrlich? Ja, ja, der hat dann auch mich angesprochen, ja, hier, Hoffenheim und so, was ist das denn für eine Truppe und da hast du einfach gesehen, der Mann ist irgendwie Paaren 70 und hast einfach gesehen, dass der Funke auf einmal trotzdem noch übergesprungen ist. Wie geil ist das? Geil, mega, mega, richtig cool. Wer hat nichts in der Dauer erkannt, ne? Ich glaube, dafür ist er dann zu alt, aber er hat auch gesagt, er wird dann hier und da mal in den VIP-Bereich kommen, weil das hat ihm gefallen da oben, das ist auch jetzt so seine Liga, so mit diesem, ich sage mal, wenn man in dem Alter auch angekommen ist, da hat man, glaube ich, nicht mehr so wirklich Lust, im Block 2 zu stehen und allein vom Körperlichen und wie gesagt, allein das, weißt du, das macht halt das Fanmuseum, das macht die gesamte Leidenschaft des Fanmuseum-Teams, was wäre natürlich auch der Freckl ohne das gesamte Team im Hintergrund, was die da leisten, was die da machen. Deswegen, Leute, 1901, jedes Jahr ins Fanmuseum, werdet Pater, das kostet euch so gut, das ist ja nichts. Ihr kauft euch, ihr kauft euch eine, eine Tafel Schokolade, weniger im Monat und könnt damit wirklich was ganz, ganz Großes unterstützen und Teil der Fankultur oder zur Fankultur beitragen damit. Darüber hinaus, ja. Was wolltest du sagen, wahrscheinlich selber wie ich, ja, darüber hinaus? Nee, sag, sag, sag. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt in den nächsten zwei Wochen ins Fanmuseum gehst, wirst du da noch etwas mehr finden, da gibt es etwas an Zuwachs, darauf wollte ich hinaus, oder wolltest du da noch sagen? Richtig, genau. Unsere restlichen T-Shirts, die noch übrig geblieben sind aus unserer T-Shirt-Aktion, die werden wir nicht mehr online anbieten, sondern nur noch im Fanmuseum. Das heißt, falls der ein oder andere noch ein neues T-Shirt braucht, haben möchte, das gibt es jetzt im Fanmuseum. Das ist 5 Euro teurer als die anderen T-Shirts. Ja, genau. Es ist 5 Euro teurer als die anderen T-Shirts, das heißt, normalerweise 20 Euro im Fanmuseum T-Shirt, unseres 25 Euro. Warum, will ich auch nochmal begründen, habe ich ja schon öfters hier gemacht. Ganz einfach, wir produzieren die komplett selbst, wir bedrucken nicht einfach irgendwelche Stangenware, sondern wir haben natürlich dementsprechend sehr, sehr hohe Einkaufspreise, beim Museum muss noch was hängenbleiben und bei uns, glaube ich, ist dann noch ein Euro drin oder sowas für ein T-Shirt. Aber gut, so ist es halt. Wir machen es ja nicht, irgendwie uns die Säckel voll zu machen, sondern halt irgendwie der Szene, beziehungsweise der Fanszene was zurückzugeben. Genau. Genau. Nochmal, Fanmuseum braucht Hilfe, also wenn ihr da auch sagt, keine Ahnung, ich habe vielleicht nicht das Geld, aber ich habe die Zeit, irgendwie zu unterstützen. Kleine Aufgaben, mal für eine Stunde vorbeikommen, mal für zwei, drei Stunden vorbeikommen, die sind immer für alles sehr, sehr dankbar, für jede. Da gibt es so viel zu tun, irgendwelche Hefte zu sortieren und was weiß ich was. sollte man einfach alle mal vielleicht gemacht haben. Und dann gibt es natürlich etwas, was ich auch nochmal ansprechen möchte, Kickers Insight. Das ist eine Fanaktion vom Verein, gemeinsam mit der, mit dem Fanmuseum und der UFC Traditionsloge. und zwar gibt es das sogenannte Kickers Insight. Das ist quasi ein gemeinsames Angebot, ich lese es einfach mal kurz vor, bei dem der UFC an einem Heimspieltag ein 100% Kickers Erlebnis mit mehreren spannenden Stationen nutzen kann. Start ist im Kickers Fanmuseum einer persönlichen Führung und individuelle Betreuung vor Ort. Treff ist dort drei Stunden vor Spielbeginn, dann geht es rechtzeitig vor Spielbeginn mit dem Kickers Traktor zum Stadion, vorausgesetzt die Technikstraktors und das wird erlassen, ist so. Im Stadion erlebt der Fan eine kleine Stadionführung ins Herz unseres Vereins mit Einblick in Bereiche, die man ansonsten nicht zu sehen bekommt. Zur abschließenden Krönung des Tages folgt ein Besuch der UFC Traditionsloge mit kompletter Nutzung des VIP-Bereichs, also Essen und Trinken, alles ist dabei und hautnahen Kontakten mit ehemaligen UFC-Spielern und Trainern. Dort verfolgt ihr das Spiel und habt Zeit für Fotos, Autogramme und viele spannende Gespräche mit den UFC-Legenden. Ein ganzer Tag UFC mit jeder Menge Kickers Insight. Erlebnissen, die auch zum Beispiel perfekt als Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenk geeignet sind und das finde ich auch, also das wollte ich einfach mal sagen, finde ich eine coole Aktion. Nochmal, ich habe nicht jetzt dieses Paket gebucht, sondern ich habe es komplett individuell gemacht mit meinem Stiefvater. Der hat es total gefeiert, der hat gesagt, das war einer der schönsten Tage der letzten Jahre. Was der da erlebt hat, das war unglaublich, auch wir haben mit vielen Fans sich da auch unterhalten im VIP-Bereich und hat sich einfach zugesetzt und hat mit denen gesprochen, auch mit Sponsoren und so, das war wirklich richtig toll. Überall hat man sich willkommen gefühlt. Für 150 Euro kann man das mal machen. Ich finde, das ist ein geiles Geschenk, das ist ein richtig geiles Erlebnis. Du kriegst, wie gesagt, du kriegst die VIP-Karte, du kannst im Fan-Museum die individuelle Tour bekommen, du lernst eben die Spieler kennen und so weiter. Mach das doch mal. Wenn du, wie gesagt, wenn du mal ein Geschenk suchst und diese 150 Euro muss man auch haben, gar keine Frage, aber ich finde, es ist absolut etwas, was man machen sollte. Ja, bin ich. Und natürlich 50 Euro davon gehen ans Fan-Museum, ganz wichtig. Was ich, was ich, was ich nicht wusste, klein noch einen kurzen Nachtrag. Ich habe die ganze Zeit zugehört, aber ich habe gerade noch was gesehen. Was ich coole Nummer finde, die Mannschaft hat gestern beim Bar machen alle in Rossmann-Trikots sich warm gemacht. Genau, ich habe die Nummer drei gehabt. Mega, wusste ich nicht. Cool. Cool. Na ja, wenn du halt noch dir standstest, dann siehst du das nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber lass uns doch noch mal die Themen durchgehen, Alter. Absolut, wir haben noch ein paar. Ich glaube, manche könnten wir noch das nächste Mal mit reinnehmen. Genau, ich würde das ganze Thema Mitgliedschaft, weißt du, das ist ja ein größeres Thema, würde ich vielleicht in der nächsten Folge mit reinnehmen. Hätte ich auch gesagt, genau, hätte ich das auch vorgeschlagen. Auch so Punkte wie, mein Bundeskartellamt hat die 50 plus 1 Regel bestätigt, können wir nächstes Mal, glaube ich, auch noch mal näher drauf eingehen. Genau, richtig. Zusammen mit der Mitgliedschaft, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber vielleicht, was mir vielleicht noch im Herzen liegt, auch noch mal, der FSV Zwickau ist ja pleite gegangen, habt ihr alle mitgekriegt wahrscheinlich und was haben wir mit Offenbach und Zwickau zu tun? Eigentlich gar nichts, aber wir sind alle Fans von Traditionsvereinen. Wir als Kickers Offenbach wissen ja ganz genau, was es bedeutet und wenn ein Verein pleite geht und da sieht man auch mal, was wir für Glück gehabt haben, was wir für geile Fans haben und deswegen möchte ich auch noch mal ansprechen, wenn ihr den einen oder anderen Euro übrig habt, spendet an Zwickau. Die Fans haben es genauso verdient wie wir, auch wenn wir mit denen nichts zu tun haben. Euro tut uns nicht weh, das hilft denen unendlich weiter, wenn dir der eine oder andere oder 1, 2, 3 oder 10 oder wie auch immer einen gewissen Betrag spenden könnt, macht das. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, diese Traditionsvereine auch zu erhalten in Fußballdeutschland, dass solche Hoffenheims und Red Bulls und die sind nicht alle heißen, ja, nicht irgendwie die Oberhand übernehmen, sondern halt, dass diese Vereine einfach natürlich auch bleiben. Ansonsten möchte ich sagen, genau, eine Sache, richtig geil, ich war total glücklich gestern, der AT war gestern bei uns zu Besuch im Stadion, vor allem, die AT noch nicht kennen. André Timpel, ein Leverkusener und natürlich auch, kann man sagen, Offenbacher Urgestein, fährt zum Biberberg seit den 80er Jahren, pflegt die Fanfreundschaft wie kein anderer und was ist so besonders an ihm, er hat den Podcast heiße Kurven, treue Typen. Viele von euch haben uns geschrieben, macht doch mal was mit der ASF und da gibt es, muss ich ja sagen, vielleicht machen wir es irgendwann mal, aber es gibt schon was von der ASF und zwar geht ihr auf die App Football Was My First Love, dort findet ihr den Podcast heiße Kurven treue Typen, gebt einfach in der Suche ein ASF und hört euch einfach mal an, da waren dann die, ich sag mal, ASF Urgesteine, die, die was erlebt haben in den 80er, 90er Jahren, die haben da erzählt vor der ein oder anderen Rauferei, wie das früher abgegangen ist, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu ganz anderen Fanszenen, ich sag jetzt einfach mal, ich spreche es einfach aus von der Brigade Nassau bis über Hessen Kassel, auch sowas Interessantes, dass es wie eine Art Freundschaft gab zwischen Kassel und Offenbach in den 80er Jahren auf Hul-Ebene, alles das hört ihr bei heiße Kurven treue Typen, bei unserem AT, der uns gestern wieder einfach mal so besucht hat beim Spiel gegen Fulda, ja, ich meine, der Junge fährt durch ganz Fußball-Deutschland, der, der fährt natürlich seinem eigenen Verein, der hat noch einen Zweitverein, das Viktoria Köln, der fährt, wie gesagt, Bayer Leverkusen, seine Tochter ist irgendwie jetzt in Holland, wo er natürlich dann noch öfter unterwegs ist, ja, fährt durch die ganze Republik, um irgendwie diese Fanszenen aufzunehmen, der war ja von Hamburg bis Berlin, bis nach München war der überall und, und trotzdem findet er dann noch die Zeit zum UFC zu kommen, um sich so einen Dienstagskick gegen Fulda zu gucken, obwohl er am nächsten Tag arbeiten muss, ja. AT ist einfach etwas, ja, was ganz Besonderes auch bei uns in Offenbach, immer willkommen, du hast gesehen, da kam, was weiß ich, die halbe Tribüne, kam zu ihm an, hat ihm umarmt, ich habe mich einfach mega gefreut und das, was wir tun können, ist uns das mal anzuhören, dass er auch damit geleistet hat, Bombe. Bisschen Eigenwerbung, natürlich hast du ja schon eine Folge mit ihm gemacht gehabt, genau, das nicht zu unterschlagen, falls er jetzt mal an sich dran tasten will. Genau richtig, ich habe ja auch eine Folge mit dem gemacht, aber das ist einfach, immer wenn ich abends zum Hund spazieren gehe, dann höre ich mir diese Folgen an, es ist nur geil, die Leute besaufen sich da in diesem Podcast und landen nur noch ins Mikrofon, das macht halt auch Spaß, aber es zeigt auch, wie bunt einfach auch die Fanszene einfach ist. Da sind alle kuriosen Gestalten mit dabei. Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende. Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wo wir gerade von RT gesprochen haben, denkt immer daran, wir haben eine Fanfreundschaft zu Leverkusen und wenn ihr von dem Fußball in Offenbach ein bisschen enttäuscht seid, schaut euch aktuell die Spiele von Bayer 04 Leverkusen an. Ich kann das alle nur ins Herz legen, die haben glaube ich dieses Jahr eine unglaubliche Truppe, die spielen einen unglaublichen Fußball und auch der Hinweis an alle Offenbacher, die mal nach Leverkusen fahren wollen, zu einem Champions League Spiel, zu einem, oder was weiß ich, ich bin ja eigentlich Champions League, nee, ich bin in der Europa League, zu einem internationalen Spiel oder zu einem Bundesligaspiel. Ihr seid als Kickers-Fans immer, 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 immer willkommen. also es gibt Fans, die zum ersten Mal da waren, die da berichtet haben, ich hab 50 Leute kennengelernt, ich hab kein einziges Bier bezahlen müssen, ihr seid als Kickers-Fans dort immer willkommen und es ist vollkommen egal, ob's Ultras sind, ob's Hooligans sind, ob's Kuttenträger sind oder ein stinknormaler Familienvater, der mit seinem Sohn einfach mal Bundesliga gucken fahren möchte, ihr seid dort immer herzlich willkommen und das ist, das will ich einfach nur mal gesagt haben, das ist was ganz Besonderes und das sollte man auch nutzen. Ja. Cool. So. Zum Abschluss. Wir kommen zum Abschluss. Meine Frage an. Eine Stunde 30. Eine Stunde 30 haben wir jetzt auf der Uhr die 90 Minuten so rum, jetzt kommt die Nachspielzeit. Ja. Immer am Schluss. Nee, ich will noch was sagen, bevor wir zum Abschluss kommen. Ja, das ist wichtig. An alle da draußen, die uns die ganze Zeit Geld spenden. Wir haben so einen Scheiß gewissen, dass wir wieder fünf Spieltage irgendwie gemacht haben. Ihr seid brutal geil. Also wir kriegen ja einfach so irgendwelche Überweisungen jeden Monat von unseren Zuhörern. Wir haben uns auch was überlegt. Also ich meine, es ist jetzt so, jetzt ist die Technik ja letztens kaputt gegangen, da mussten wir wieder fast 1000 Euro investieren für den ganzen Scheiß, da geht das drauf und wir machen ja auch damit keinen Gewinn mit dem ganzen Bums. Aber ihr helft uns natürlich ungemein, dass diese Kosten, die wir einfach haben, dass die halt einfach gering bleiben, dass wir vielleicht am Ende sogar auf Null rauskommen, was ich zwar nicht glaube, aber das wäre halt schön. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Zuhörer. Auch das Feedback, was wir kriegen. Also speziell nach der letzten Folge, die ja durch die Decke gegangen ist. Uns haben Spieler geschrieben, uns haben ehemalige Spieler geschrieben, uns haben Fans geschrieben. Vielen, vielen, vielen Dank für die Blumen. Das muss man einfach mal sagen. Danke. Wir sind für jedes Feedback, auch wenn es negativ ist. Heute gerade habe ich mich ja wieder ganz viel unbeliebt gemacht. Super gerne gesehen dieses Feedback. Wir können gerne über alles diskutieren und ich glaube, das ist etwas, was wir machen wollen. Wir wollen diese Saison ein Novo machen und zwar wird es zwei Dinge geben und das kündige, habe ich glaube ich letztes Mal schon angekündigt, das kündige ich dieses Mal nochmal an. Zum einen wird es, und das ist unser Plan, einen Open Mic geben. Was bedeutet Open Mic? Ihr kommt irgendwann mal, ohne dass wir es ankündigen, ins Stadion und da sitzt dann so ein Digger und ein Dünner. Nicht so ein Digger. Ein Volltätowierter und ein Typ, der aussieht, als ob er aus der vierten Klasse gerade aus dem Kommunionsunterricht kommt und machen einen Podcast. Wir zwei. Und da wird es ein drittes Mikrofon geben. Und dann dürft ihr euch einfach hinsetzen und sprechen, worüber ihr wollt. Des Weiteren werden wir, das habe ich mir überlegt, ob wir uns nicht so gelbe Leibchen irgendwie besorgen, weißt du, wo uns Offcast-Logo drauf sind oder sowas. Hier und da, nach den Heimspielen oder auch nach den Auswärtsspielen, schauen wir mal, werden wir durch die Reihen gehen und euch interviewen zu diversen Fragen, wo ihr mal ganz kurzes Statement geben könnt. Zum Beispiel, wie findest du das Spiel oder hast du irgendwas zu sagen oder wie findest du das Trikot, was weiß ich. Irgendwelche Fragen werden wir uns ausdenken und werden euch mit dazu holen. Wir haben euch verstanden, wir haben euch gehört, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen. Ja, wir haben es vor, mit den Funktionären zu sprechen. Mit den Spielern jetzt nicht mehr irgendwie, weil euer Feedback war ja ganz klar, das wollen wir nicht. Wir wollen mit den Fans reden, wir wollen die Leute aus der Fanszene haben und hier natürlich, hier und da ist es einfach Pflicht, glaube ich, auch mit den Funktionären mal zu sprechen, um einfach mal ein bisschen was vom Verein zu hören. Aber das Thema Fans, das ist es, was euch beschäftigt und da wollen wir euch alle mit einbinden. Und man kann nicht mit jedem Fan irgendwie eine Folge aufnehmen. Viele können da auch einfach gar nicht, sind einfach gar nicht mikrofonaffin, aber ganz viele haben vielleicht Lust, mal fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten, vielleicht mal sechs Minuten, wie auch immer, oder einfach mal eine Minute, irgendwas zu uns zu sagen oder was alle irgendwie hören sollen. Das würde es in Zukunft geben. Wir wissen noch nicht wie. Idealerweise, so das ist die Traumvorstellung, die wir haben, dass wir irgendwie, wie gesagt, einen Tisch haben unter irgendeiner Tribüne und dann sitzen wir da nebenauf und dann könnt ihr euch einfach dazusetzen und was dazu sagen. Das wäre halt brutal geil. Und ja, das glaube ich zum Abschluss. Wie gesagt, nochmal Dankeschön an alle, die gespendet haben und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt und das ist meine Frage an. Yes. Wer fängt an? Du oder ich? Ich weiß gar nicht, wenn man das letzte Mal angefangen hat. What? Ja. Fang du mal an. Ich fang an. Okay. Ich hab mir eine Sache überlegt. Jetzt müsstest du vielleicht, nimm dir mal Blatt Papier und einen Stift. Ich glaub, du hast es grad da. Ja, ich hab Blatt Papier und Stift. Warte, wir können's eigentlich auch so durchgehen. Wir machen's aber so. Okay. Warte mal, warte mal. Wenn du jetzt an die letzten, ja, wenn du jetzt an die letzten, wenn du jetzt an die letzten elf Jahre Regionalliga denkst, mach keine Wissenschaft draus, nenn mir deine Top-elf inklusive Trainer. Alter. Wir haben eine Minute, eine Stunde 35 auf der Uhr und du kommst mit einer, kommst hier, das dauert jetzt eine halbe Stunde, Digga. Ja, wir machen's ganz schnell. Du musst einfach, okay, ich geb dir immer fünf Sekunden Zeit pro Position. Torwart. Hm. Torwart, ähm, okay. Ich geh jetzt nicht nach Leistung nur, sondern auch nach Sympathie und so weiter. Das ist scheißegal. Deine Top-elf alles. Deine Top-elf. Also Torwart, ähm, sage ich Flaude am Tor. Okay. Äh, Innenverteidigung links. Boah, Innenverteidigung links, Alter. Innenverteidigung links. Wer fällt mir denn da ein, wen wir da hatten? Boah, du kennst mich doch, ich hab null Statistiken im Kopf, Alter. Warte mal, jetzt mach ich hier, warte, stopp. Ich mach jetzt hier die Statistik auf, so. Wen hatten wir denn links, Alter? Wir hatten, äh, Manga-Fitsch, glaube ich, damals, gell? Ne, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Entschuldige, Innenverteidiger kann, nein, Innenverteidiger, Entschuldigung, natürlich, Innenverteidiger, es ist schon wieder spät. Ähm, Modeka. Und rechter Innenverteidiger? Ähm, wahrscheinlich Rossmann. Rossmann, ja. Linksverteidiger? Das weiß ich nicht. Wen hatten wir, war Robin Scheu links? Robin Scheu war rechts, beziehungsweise war rechts Ausmann irgendwann. Mittelfeld, gell? Äh, äh, Ja, Markus war man, ne? Seit 100 Jahren. dann war Manga-Fitsch. Manga-Fitsch hatten wir mal. Ähm, wen hatten wir denn dann noch? Ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht mehr. Da gibt es verschiedene, jetzt kommen wieder ganz viele Kommentare von euch da draußen, dass ich sowas nicht weiß. Nein, ich habe sowas, wenn die Leute weg sind, habe ich es auch eigentlich vergessen, in der Regel. Ähm, es sei denn beim, Theodosiadis oder was? Der war Rechtsverteidiger. Der war Rechtsverteidiger. Das stimmt. Aber beim Rechtsverteidiger weiß ich schon, wen du willst. Äh, deswegen. Warum ja nicht drüber reden. Ganz klar Schulte, also ist klar. Also ganz ehrlich, wenn es einen Spieler gibt, den ich am liebsten persönlich aus dem Verein geworfen hätte, Alter, nach diesem Fock gegen, gegen Hannover damals, ja, da war spätestens da, war der bei mir komplett unten durch. Das kann ich immer wieder wiederholen, wie der einfach in der paar 90. Minute, wie diese Scheißflanke, die zum Elfmeter geführt hat, einfach da steht und nichts macht, hätte ich mir ein bisschen Backpfeif gegeben. Ne, ähm, rechts, ganz klar, Fetter. Brauchen wir nicht drüber reden. Fetter, ja, okay. Den würde ich auch nochmal, den würde ich nochmal klonen und nochmal ins Mittelfeld stellen. Den nochmal klonen und nochmal in den Sturm stellen. Also der Rest ist fetter. Defensives Mittelfeld. Ja, also ganz kurz, links wahrscheinlich würde ich, würde ich dann Markus, ja, nee, nee, weiß du was, da würde ich Arzesen sagen. Arzesen, okay, krass. Der gefällt mir wirklich top. Ich finde den, das ist zum ersten Mal einer, wo ich sage, richtig schön, gefällt mir, so. Defensives Mittelfeld, ähm, äh, Klaus Ciasula. Ja, zweiter Sechser. Elbe Klaus. Zweiter Sechser, fällt schon wieder schwer. Wir hatten halt nicht so geile, gell? Brian Gaul fand ich immer ziemlich geil. Das war mit mein Liebster Sechser. Nee, Alter, den kriegst du bei mir nicht in die, in die, in die Aufstellung. Nee. Brian Gaul nicht, nee, im Gottes willen, den, weißt du wen? Hä? Wo ich viel von gehalten habe, der leider dann weg ist. Göcher? La Prevotte. La Prevotte, ja, stimmt, stimmt. Ein guter. Den fand ich wirklich gut, ja. Also es ist jetzt nicht nachgedacht, wahrscheinlich, vor allem dann später irgendwie Zehnter aus dem anderen noch ein, ja. Aber jetzt mal so, den, da hab ich gedacht, der, der gefällt mir, ja. Der war so souverän. Ich mag ja, ich mag ja diese, ganz normalen Fußballer, die den Ball nicht dreimal hochhalten können, aber ein souveränes Spiel machen, so à la Mertesacker, ja. Oder was weiß ich, das ist ja ein Antifußballer vor dem Herrn. Aber der hat dann einfach ein souveränes Spiel hinter gemacht. Fertig. Ja. So, okay. Mir fällt noch einer ein, von dem ich sehr viel gehalten habe. Gerrit Gohlke, der war doch, war der nicht Innenverteidiger? Der war Innenverteidiger, ja, stimmt, stimmt. Aber der ist zum Mannheim, da war er nach, mit dieser Trikotaktion, wo er da im Winter dann das Trikot präsentiert hat, obwohl er bei uns noch Spieler war, da war er dann bei mir unten durch. Ja, ist ja egal, ob er unten durch war oder nicht. Aber, ähm. Defensives Mittelfeld. Marco, äh, Husin Basic. Ah ja, stimmt. Ja, den habe ich jetzt, ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt, jetzt gehst du so quasi, ja, 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 Husin Basic, gar keine Frage. Ja, ja. Ähm, links. Links außen, ja. Ich weiß es nicht. Der Kappek wahrscheinlich. Nein, Kappek ist bei mir ganz klar, Stoßstämme vorne. Ehrlich? Ja, klar. Den würde ich nur ganz vorne reinstellen, Alter, damit er alles umhaut und irgendwie die Boden macht, nicht links. Aber ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, von daher ist alles gut. Aber Kappek, klar, ganz vorne Sturm. Ähm, und Fetsch daneben. Das war meine zwei, äh, wo ich Schiefung gehalten habe. Ja, okay. Links außen? Die, das weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich, ähm, Nico Doppos. Röser, war der nicht links außen? Röser, ja, stimmt. Röser war gut. Ja. Rechts außen? Boah. Zerkan Ferrat? Ne, der würde bei mir in keine Aufstellung kommen. Ähm, ich weiß es nicht. Oder ein Golo. Was macht der eigentlich inzwischen? Hat der einen Job gefunden irgendwie bei der Stadtreinigung? Oder? Ich weiß es nicht. ganz ehrlich. Ich glaube, wir hätten noch kein Teil. Ähm, recht außen? Ich habe ja gerade eine Liste auf, wenn ich, ja, wahrscheinlich scheue, wenn ich diese Liste einfach sehe, was wir für Spieler haben, da bin ich, Andis Schala, dieser Penner, oh, der Duckfuß, boah, da wird dir schlecht. Wenn du den Namen liest, wird dir schlecht. Boah, schrecklich. Offensichtliches Mittelfeld? Ich habe fast Nase drauf, oder? Das kann ich noch gar nicht beurteilen. Klar, das ist halt ein großer Name und das, was er zeigt, ist natürlich Bombe. Aber, ich kann mich jetzt auch an keine erinnern. Ich fand den, ich fand den Schwarz immer so geil, fällt mir gerade noch ein. War der noch für die Liga? Jaja, ja, der war in der Meistersaison nicht mal Stammspieler, aber danach halt immer viel Hotscha von, ja, der hat mit Hotscha damals auf der Sechs gespielt, glaube ich. Wie hieß er mit Vornamen? Weiß ich nicht mehr. Boah, Sade, Alter. Da siehst du einfach, wie lange wir in dieser Liga sind. Nein, nein, da siehst du einfach mal, daran siehst du, welche Wichtigkeit Spieler haben. Ja, Wahnsinn. Nämlich gar keine. Da siehst du mal so einen, sagst, oh Gott, der war mal geil. Ja. Den habe ich schon vergessen. Alter, ich glaube, ich würde sogar noch sagen, ähm, im Mittelfeld, würde ich es, Matthias Schwarz, glaube ich, hieß der, oder? Ja, genau, Matthias Schwarz. Ich würde im Mittelfeld, würde ich sogar, ich würde eine Änderung machen. Ich würde nämlich Christian Kappek tatsächlich wieder ins Mittelfeld stellen, irgendwie, und den Müh vorne im Sturm. Ja, stimmt. War ein cooler Typ. Den fand ich wirklich ein unglaublich geiler Typ. Den mochte ich richtig. Das stimmt. Das stimmt. Und, ja, Verteidiger, auch wenn er nicht linker Verteidiger ist, aber vergiss Markus, nee, Korb, Sascha Korb. Ah, Ah, ist er wieder da. Er hat gerade eingefallen. Ist er wieder da. Genau. Stimmt. Also der gehört natürlich da in diese Aufstellung rein. Aber du siehst wieder, ne, so Modica, wen habe ich aufgezählt, Modica, Jasula, Müller, Kappek, Röse, das war glaube ich die Aufstellung auch, die eben Meister geworden ist, ja. Ja. Das sind halt die Spieler, die im Kopf geblieben sind. Ja. Und gut, klar, Hussein Basic. Oh, Alter, Lämmer. Och Gott, ja, klar, natürlich. Och Gott, ich glaube, wir haben noch so zwei, drei vergessen, wo wir sagen, ach, natürlich, natürlich, ja. Ja, eben. Deswegen. Mach dir da mal genauer Gedanken und wir posten uns mal auf Instagram, was deine Aufstellung ist. Ja, das ist eine gute Sache. Aber wie gesagt, diese Frage so ganz zum Schluss zu beantworten, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde philosophieren. Ja, das stimmt. Stimmt. So, Aber noch Trainer. Nee, 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 Trainer noch. Das will ich jetzt noch wissen. Dein Trainer. Ja, mein Trainer Nummer eins, brauchen wir nicht drüber reden, Rico Schmidt. Ja, okay, gut. Mein Name war Reck, tatsächlich. Oder ist es? Nee, Rico Schmidt, das war, das war für mich, den hätte ich auch gern wieder gesehen bei uns. Das ist ein Bombentyp, was der da mal zusammengestellt hat, nach diesem Abstieg einfach so aus diesem, das ist grandioser Kern gewesen. Ja, okay, gut. Meine Frage an dich, wo habe ich hier eigentlich aufgeschrieben? Die habe ich ja gar nicht. Ich gucke, ich blätter jetzt hier die ganze Zeit, weil du gesagt hast, ich soll was hier zum Blättern holen und zum Aufschreiben. Hat mir natürlich nichts aufgeschrieben, aber deine Frage gerade nicht. Also, meine Frage an dich ist, ah, genau, wünschst du dir bei Kickers Offenbach in der Fanszene eine Fan-Dachorganisation à la Südtribüne Dortmund oder Nordkurve Leverkusen, also, ich möchte mal ein Beispiel nennen, ich weiß es ja aus Dortmund, da gibt es ja die Ultras, zum Beispiel Unity und Desperados, dann gibt es aber etwas Übergeordnetes, das nennt sich Südtribüne Dortmund. da kann dann jeder Fan, kriegt dann da T-Shirt oder was weiß ich, da wird dann organisiert gemacht für alle. so die Ultras machen so, ja, das eine Ding und dann gibt es dann so eine Dachorganisation quasi oben drüber steht. Würdest du dir sowas in Offenbach wünschen? Ja. Ja. Das war's, meine Damen und Herren. Nein. Ähm, ja, ich meine, ganz kurz gesagt, ich glaube, es bringt, es ist, natürlich wünschen, ja, ich glaube, es ist halt nicht, es ist immer so einfach gesagt, es ist, da steht ja unfassbar viel hinten dran, wir hatten ja schon mal, ich glaube, so eine Art Dachorganisation mit dem Offenbach Supporters Club damals, wo einfach so ein Dachverband von verschiedenen Fans sind, da drin ist, du brauchst halt immer Leute, die sich erstmal in der Fans sind unfassbar gut vernetzt sind, anerkannt sind und zum anderen dann noch die Mühe haben, die Muße haben, das dann auch nachhaltig und dauerhaft zu organisieren und zu machen, das ist nicht nur eine Person, das sind mehrere Personen, ja, und dann immer alle an einen Tisch zu bekommen, ich sehe den Mehrwert auf jeden Fall hinten dran, einen geschlossenen Auftritt und so weiter und so fort, dass da auch viel mehr noch Kompetenz zusammengeballt werden kann, schwierig ist es halt, die Leute zusammenzubringen, weil es ja wie im Leben ja auch ist, oder in Firmen weiß es ja auch, wie es ist, alle an einen Tisch zu bekommen und für dasselbe Thema zu begeistern, das müsste dann wirklich von Leuten passieren, die sich wirklich jetzt schon vernetzen, also es könnte jetzt keine Ahnung, Hans-Peter aus dem Block 3 hinkommen und einen Dachverband gründen, das würde nicht funktionieren, das muss innen rausgeschehen, wünschen würde ich mir auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Ich glaube, das ist es, also wenn du dir zum Beispiel so starke Gruppen anguckst, also nicht nur im Fußball, sondern in der Politik und so weiter, was halt unterschätzt wird, ist diese Uniformität, diese Zugehörigkeit zu einer Partei, die Zugehörigkeit zu einem Verein, die Zugehörigkeit, dass du Teil von etwas bist und es gibt ja ganz viele Fans, die halt, wie gesagt, die du halt nehmen kannst, die aber halt nicht so aktiv sind, aber trotzdem irgendwie greifen kannst, die zum Beispiel nur jedes Heimspiel, in Anführungszeichen, nur jedes Heimspiel zum Kickers gehen, ganz, ganz viele. Wenn du die alle, glaube ich, unter einen Verband bringen könntest, das wäre schon geil und alle irgendwie, keine Ahnung, haben dieses Zeichen, dieses Logo, du kannst dann einen Mitgliedsbeitrag machen von, keine Ahnung, fünf Euro im Jahr, was halt nicht viel kostet, dadurch kannst du Choreos finanzieren und so weiter und so fort und du hast dann diese ganz klare Abgrenzung, dass die Szene quasi, die ganzen Ultras und so weiter, die können ihr eigenes Ding machen, die aktiven Fans und dann gibt es dann noch die passiven, ja. Genau. Ja, wie die Nordkofen in Leverkusen, ja. Genau. Finde ich einfach, finde ich eine gute Sache. Wer weiß, was geplant ist, ja, wer weiß. Ich glaube, unsere Fanszene ist dafür zu klein. Ja, das kann gut sein. Aber das ist auch, wie soll ich sagen, so eine Ausrede, finde ich persönlich, weil durch das Kleine, durch diese Uniformität, also wie gesagt, wenn du dann dazugehörst irgendwie, also ich meine ganz, ich kenne halt, wie gesagt, durch meine Historie mit Borussia Dortmund, kenne ich halt ganz viele, ihr Mitglied bei der Südtribüne Dortmund sind weiterhin, auch wenn sie nicht mehr ins Stadion gehen und so weiter und auch mit Stolz diese T-Shirts tragen, weil die kriegst du halt nicht im Fanshop oder sowas und nur wenn du Mitglied dieser Südtribüne bist und das ist irgendwie, ich glaube, das wird massiv unterschätzt. Ich glaube, das ist auch etwas, da müssen wir nächstes Mal darüber diskutieren, so Thema Mitgliedschaft, das unterschätzt auch unser Verein. Dass wenn du irgendwie so ein T-Shirt, da scheint es ja Pläne zu geben, das ist denen ja bewusst, aber ja, das stimmt, aber es hat unser Verein bis dato unterschätzt und wenn du dir einfach mal anguckst, wie viele Hampelmänner es gibt hier bei mir im Ort, die noch nie in ihrem ganzen Leben im fucking Stadion waren, aber hinten auf dem Auto diesen scheiß Adler, wo Mitglied draufsteht. Mhm. Ja, dass ich glaube, allein das, dass die Leute damit angeben, dass die Leute sagen, ich gehöre dazu und so weiter, ich glaube, das wird massivst unterschätzt und dass, dass man, dass ich, dass ich, dass ich der Überzeugung bin, dass du, ja, noch viel mehr rausholen kannst bei uns und viel mehr irgendwie auch Zusammenhalt schaffen kannst. Nur, du hast recht, das müssen halt irgendwelche Leute machen, die irgendwie da die Connection haben zu allen. so ein, ja, Gott hab ihn selig, Basler, ja, so Tara. Ja, genau. Ja, das war halt, naja. So, das war's. Lange, Stunde 40 jetzt, wenn ich es richtig sage. Stunde 50, Stunde 50. ja, siehst du mal, ich bin auch müde jetzt. Du warst schon müde, als wir hier angefangen haben. Nee, ja. Also, eine Stunde 50, unsere Podcasts werden immer länger, deswegen, wir müssen es öfter machen, Sebastian, das bringt ja nichts, wir müssen jetzt irgendwie mal wieder Zeit finden, ja, es ist halt so, wir müssen jetzt wieder finden. Ich hoffe, es hat euch bis dahin wieder gefallen. Vielen, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für eure Unterstützung, für euer Anhören. Ich hab die letzte Folge, wie gesagt, durch die Decke gehen lassen, ich glaub zweieinhalbtausend oder 2700 auf YouTube, brutal. Vielen, vielen Dank dafür, für die, nochmal an die ganzen Leute, die uns Geld spenden. Ihr unterstützt uns so unendlich damit, dass wir diese ganzen Scheißkosten, die wir haben damit, irgendwie auch refinanzieren können irgendwie. Ich möchte nicht aufrufen, für die, die was übrig haben, geil, ihr spendet eh viel zu viel schon an den Verein und wenn ihr die Wahl habt zwischen, ich hab jetzt zwar nie übrig, Fanmuseum oder uns, spendet ihr dann Fanmuseum. Absolut. Das ist mir dann doch lieber, aber trotzdem, es gibt ganz viele, die uns unterstützen mit einem Euro pro Monat oder sowas. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ihr seid echt grandios. Auf unserer Webseite findet ihr Infos dazu. Und ja, bis dahin, haltet den Kopf oben. Wir wollen dieses Jahr nicht aufsteigen. Nein, wir wollen aufsteigen, aber es ist nicht das herausgegebene Ziel. Das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten. Benimmt euch online und bleibt den Kickers treu. Ich verabschiede mich mit den Worten nur der UFC und sag wie immer, das letzte Wort hat der wunderbare Sebastian. Da schließe ich mich einfach wie immer an und wünsche euch alle da draußen eine gute Zeit. Nein, 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 das lasse ich jetzt nicht gelten. Jetzt muss mal, dein letztes Wort hast du jetzt. Du hast mal eine Minute Kreativität. Komm. Eine Minute Kreativität. Okay, eine Minute Kreativität. Ach, das ist immer, weißt du, sei kreativ, sei kreativ. Das ist so, bleib doch, mach, mach dir, mach irgendwas. Okay. Nein, ich bin froh, dass ihr uns so unterstützt. Kann ich mich eigentlich nur nochmal anschließen. Der Marco hat es gut gesagt, das Fanmuseum macht nochmal einen ganz großen anderen Teil. Will ich mich jetzt auch nochmal explizit an Freckel zum Ende hin vielleicht bedanken, auch mit dieser T-Shirt-Sache. Es war ein Anrufen, es war sofort, hey, klar, machen wir Kickers. Ja, das war, das sind so Sachen, wo ich sage, geil. Und dieser Zusammenhalt in der Fanszene einfach, dass der noch weiterkommt, dass das auch beibehalten wird, dass alle eins sind, dass wir alle zusammen eben an einem Strang ziehen, das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Von dem kleinen Kuttenträger, wie es, von dem kleinen Normalo bis zum Kuttenträger über den Ultra-Hooligan, wie auch immer, alle weiteren Aktiven, die irgendwas für den Verein machen, dass wir alle zusammen weiter an einem Strang ziehen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil diese Energie, die wir in dem Verein haben, dass wir die komplett bündeln und weiter vorangehen und eben niemals aufgeben. Auch die, was wir von den Spielern auf dem Platz sehen, dass wir auch auf der Tribüne dann wirklich in den schwierigen Situationen den Verein unterstützen, die Mannschaft unterstützen und einfach diesen Zusammenhalt immer weiter nähern. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Mannschaft dieses Jahr, ich habe ein überragendes Gefühl bei den Funktionsträgern und ich glaube einfach, dass wir da, ich habe ein Gefühl, dass da etwas ganz Großes entsteht, gerade im sportlichen Bereich und lass uns das Gefühl weitertragen und dann jetzt diese drei wunderbaren Worte nur der Worte. D Toastbar D Toastbar D Toastbar